Dann gibt es drei Möglichkeiten für dich. Die erste Möglichkeit ist, du verpissst dich. Die zweite Möglichkeit ist, du verpissst dich. Und die dritte Möglichkeit ist, du verpissst dich. Und ihr verpisst euch nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sicherheitsphilosophe mit dem wunderbaren Raphael. Und mit Florian. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen oder habe ich das vergessen? Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, gut. Es ist sehr interessant. Normalerweise, wenn du das Intro einspielst, kann ich das hören. Diesmal war das nicht der Fall. Was dazu führte, dass ich hier saß und mir erst nicht sicher war, ob du das jetzt abspielst oder ob du aus irgendeinem Gründen sehr lange wartest. Ich habe überlegt, ob ich kurz reinsprich und habe es dann gelassen lieber. Es wäre spannend geworden. Ja, wir haben vorhin schon festgestellt, irgendwie haben wir so ein bisschen Tonprobleme heute. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Aber das soll nicht schaden. Auch letztes Mal saß ich nochmal drei Stunden in der Nachbearbeitung da und da ist ein wunderbares Ergebnis rausgekommen. Heute hoffentlich klappt das von vornherein. Natürlich. Herzlich willkommen an dem, hast du mitbekommen, hat es bei dir am Wochenende auch schon geschneit, um mal so ein bisschen Smalltalk reinzukommen? Tatsächlich war ich am Samstag, Samstag war ich mit meiner Mutter essen im Gaffelhaus hier in Berlin. Also wer rheinländisch essen gehen möchte, so richtig dürftig deutsche, rheinländisches Essen, dem empfehle ich das Gaffelhaus. Und als ich sie nach Hause gebracht habe und mich dann selber auf den Weg nach Hause gemacht habe, da kam so Schneeregen runter. Ja, ansonsten hier bei mir nichts. Sonntag war auch Sonne pur bei blauem Himmel. Aber meine Freundin hat mir tatsächlich von der anderen Seite Berlins Fotos geschickt, dass da Schnee lag. Also der Westen war quasi schneefrei, der Osten war schneebedeckt und der Süden offensichtlich auch, wenn du schon so fragst. Richtig, genau. Und zwar ganz kurz nur, aber es war wunderschön. Ich war am Samstag auf einer, was kann man zur Pandemiezeiten machen? Wir haben hier einen Pflanzenköller und hier eine ganz schöne Weihnachtsausstellung. Und da bin ich Samstag gewesen und dann kommen wir raus und es war so richtig, wie du das noch oder wie ich das auch noch aus den Kinderbüchern kenne. Und der Schnee fällt leise und in schönen, dicken, fetten Flocken und du kommst ganz weihnachtlich beseelt an. Wobei ich irgendwie dieses Jahr echt so ein bisschen das Gefühl habe, es ist alles irgendwie zu früh. Wir hatten gestern den ersten Advent und, darf man das verraten, dass wir noch einen anderen großen Tag hatten, wo ich mich gerade furchtbar geärgert habe, weil ich ihn vergessen habe. Du kannst es so andeuten, aber das muss nicht jeder wissen. Ohne Details, ja. Ich habe einen ganz, ganz wichtigen Jahrestag vergessen. Unseren Jahrestag? Unseren Jahrestag. Während ich heute früh daran gedacht habe, dass ich in diesem Monat auch einen Jahrestag hatte, nämlich zwölf Jahre Sachkundeprüfung. Ich habe heute früh meinen Sachkundenachweis zur Vorbereitung der heutigen Podcast-Folge nochmal rausgeholt, um dann ein schönes Hintergrundbild für die Instagram-Story zu haben. Um euch zu motivieren, was auch wirklich sehr toll war. Wir haben wieder etliche Zuschriften bekommen, euch zu diesem Thema, zu dem anstehenden Thema heute zu äußern. Und da habe ich gesehen, dass ich am 05.11.2009 meine Sachkundeprüfung bei der IHK Potsdam gemacht habe. Und ganz plötzlich habe ich mich furchtbar alt gefühlt. Jetzt erst? Charmant wie eh und je. Ja, man muss halt mit umgehen können, ne? Ja, bevor wir, ich habe zwei, drei Sachen auf dem Zettel, bevor wir zu der eigentlichen Thematik der heutigen Folge kommen, die du dir ja so ein bisschen nochmal gewünscht hast als Ergänzung, weil wir in der letzten Folge ja nicht wirklich zum Ende gekommen sind, beziehungsweise wenn du dich nochmal sehr ausführlich zu der einen Zuschrift geäußert hättest, dann hätten wir Ewigkeiten überzogen. Aber vorneweg würde ich, habe ich drei Sachen auf dem Zettel, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Ich würde mal anfangen. Der erste Hinweis, und ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr diese Podcast-Folge auf YouTube schaut. Ansonsten seht ihr das in den Shownotes, so ein bisschen Eigenwerbung. Irgendwie muss ja dieser Podcast hier auch finanziert werden. Ich habe wie letztes Jahr, wie vorletztes Jahr, wie vorvorletztes Jahr, also seit 2019, habe ich das kleine Jahrbuch der Sicherheitsbranche rausgebracht. Und das ist tatsächlich dieses Jahr, weil unglaublich viel passiert ist, ein ganz dicker Klopper geworden mit 270 Seiten, die dort jetzt zu erhalten sind momentan, derzeit tatsächlich nur auf Amazon erstmal. Aber das wird auch noch eingespielt werden in die anderen Buchläden und dann könnt ihr dort mal nachlesen, was so dieses Jahr, uns dieses Jahr und die Branche dieses Jahr 2021 bewegt hat. Und ich finde das ganz spannend, auch so als Nachschlagewerk. Aber das soll dann auch mit der Werbung sein. Dafür werde ich nochmal so eine kleine eigene paar Minuten Werbevideo drehen. Aber ich werde ja am kommenden Montag eine Gastvorlesung halten an der HWR Berlin in einem Seminar. Und da habe ich mir tatsächlich, kann man ganz gut mit diesen Büchern auch arbeiten, weil man sich dann immer wieder Beispiele rausziehen kann, in denen man nochmal belegen kann, wer hat wann eigentlich welche Aussage gemacht. Das erste Punkt, ich glaube, da willst du auch gar nicht viel zu sagen. Aber ich habe einen zweiten Punkt. Ich hätte zwei Fragen. Ja, bitte. Was kostet es? Und zweitens, wie geil ist es auf einer Skala von 10 bis 10? 11. Du liest in einem Gastbeitrag an der HWR aus deinem eigenen Buch vor? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Das klang jetzt so tatsächlich. Ich werde gucken, dass ich die Genehmigung bekomme, meine Gastvorlesung, meinen Gastbeitrag dort aufzeichnen zu können. Zumindest mit den Inhalten, die ich präsentieren werde. Und dann werde ich praktisch die Studenten, das soll ja ein bisschen interaktiv sein, werde ich da praktisch rausschneiden, um dann eben auch Datenschutz zu wahren und da nicht großartige Anforderungen zu machen. Aber ich habe das tatsächlich als Nachschlagewerk genutzt. Ich werde, und da kann ich ein bisschen spoilern an der Stelle, mich nächste Woche nochmal kritisch mit der Sicherheitsbranche auseinandersetzen. Und zwar mit so ein bisschen das, was wir auch in der vorletzten Folge gemacht haben. Nämlich mit der Fragestellung, was bedeutet denn eigentlich Professionalisierung der Sicherheitsbranche? Und für mich ist es so ein bisschen auch in der Arbeit als Lexikon, dass ich eben auch nochmal nachlesen kann. Also ich habe etliche Beispiele rausgenommen, wie sich beispielsweise die Arbeit der Sicherheitsbranche in der Corona-Zeit verändert hat. Das sind dann so Beispiele, dass in Niedersachsen dann plötzlich ein privater Sicherheitsdienst eines Schlachtbetriebes auf Bitten der Polizei im öffentlichen Raum Corona-Kontrollen gemacht hat, weil offensichtlich dieser Ort viele Gastarbeiter hat und die Polizei komplette Sprachbarriere hatte. Und der Sicherheitsdienst offensichtlich aus dem gleichen Sprachraum kommt, wie das Personal aus diesem Schlachtbetrieb. Da sind andere Beispiele, dass also all diese Themen, die die Polizeiliegenschaften in Berlin beispielsweise betreffen, dass wir da immer wieder die Diskussion haben darüber, dass man doch endlich mal outsourcen müsste, weil der polizeiliche Objektschutz in Berlin vollkommen überfordert ist, personell überfordert ist, also zu wenig Ressourcen hat. Und dann habe ich so ein bisschen diese Links dazu, dass in 2018 wir dort einen Beitrag hatten, dass die tschetschenische Mafia versucht, gerade den Wachschutz zu unterlaufen, um eben genau an diese Polizeiliegenschaften zu kommen. Ein Schelm, der Böses denkt dabei, dass wir immer wieder so gleiche Vorgänge haben. Also ich nutze das so ein bisschen als Lexikon, ziehe mir da eben die Beispiele raus, habe dann eben auch gleich die Quellen dort belegt, dass ich nochmal nachlesen kann. So ein bisschen nutze ich das immer wieder auch in meiner eigenen Vorbereitung dafür, dass ich einfach so eine Sammlung an Beispielen, an Vorfällen habe, auf die ich wieder zurückgreifen kann. Okay, ja, klingt ja so an sich nicht verkehrt. Solltest du vorhaben, ein Hörbuch deines eigenen Buches aufzunehmen, ich würde mich gegen ein gewisses Entgelt zur Verfügung stellen, damit man meine wunderbare Stimme auch im Hörbuch hören kann. Sehr gerne. Jetzt mal ohne Witz und dann wird es mir unangenehm und dann soll es auch mit der Werbung an dieser Stelle gewesen sein. Aber ich habe das tatsächlich letztes Jahr überlegt, ob man da nicht nochmal so einen zweiten Distributionsweg eröffnet, weil wir wären praktisch, wenn man dieses, also das ist ja jetzt hier das Einzelband, das ist das erste Mal, weil es wirklich 274 Seiten hat es insgesamt, also dass das wirklich das erste Mal ist, dass es so dick geworden ist, dass es sich lohnt, auch als Einzelbuch zu veröffentlichen. Wenn man jetzt den gesamten Band nimmt von 2018 bis 2021, da sind wir irgendwie bei knapp 400 Seiten inzwischen und da würde es sich schon lohnen, das einzulesen. Aber Hörbücher in Deutschland ohne einen klassischen Hörbuchverlag zu haben, ist schwierig zu vermarkten, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und das kostenlos auf Spotify hochzuladen, wie diesen wunderbaren Podcast, den ihr hier gerade hört, und das, weiß ich nicht, dazu habe ich mich noch nicht so wirklich durchringen können. Jetzt machst du gerade deine Pause, wenn ich was trinken will. Ja, klingt gut. Bin ich mal gespannt. Also du bist da ja sehr konsequent hinterher, was dein Jahrbuch angeht. Da bin ich jedes Mal aufs Neue erstaunt, dass du neben allem, was du immer so machst, wovon ich wahrscheinlich mehr weiß als unsere Zuhörer, dass du daneben noch ein Buch schreibst und dann gehst du da noch auf Seminare und dann machst du da noch Kurvendiskussionen. Kurvendiskussionen, also Podiumsdiskussionen, Entschuldigung. Aber Kurvendiskussionen hätte auch gepasst, weil ich Mathe-Leistungskurs hatte und total schlecht darin war. Deswegen habe ich Mathe, also ich war mir bewusst, dass ich in Mathe nicht gut genug bin für einen Leistungskurs und ich habe ihn auch nicht gehabt und ich wusste auch, dass ich in den Naturwissenschaften grundsätzlich eigentlich nicht gut genug bin für einen Leistungskurs und habe deswegen damals den sprachlichen, den linguistischen Teil bedient und habe Englisch-Deutsch als Leistungskurse gehabt, tatsächlich. Da hast du es cleverer gemacht als ich. Ich habe das tatsächlich bis zu meinem Bachelor komplett falsch gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich immer praktisch meine Leistungskurse oder nachher dann auch meine Prüfung und meine Bachelorarbeit in den Themenfeldern geschrieben habe, in denen ich Spaß hatte, was darauf nachher das Ergebnis war, war, dass meine Bachelorarbeit im Sicherheitsmanagement im Rechtsbereich geschrieben wurde bei einer Professoren für Polizeirecht. War ein spannendes Thema. Ich hätte es mir auch einfacher machen können und mir wie alle anderen meine 1,0 bei einem bestimmten Professor abholen können, der wahrscheinlich die Bachelorarbeit, nein, ich weiß es sogar, ich kann nicht an dieser Stelle sagen und ich nenne ja auch keine Namen, die Bachelorarbeit nicht mehr selber gelesen hat, sondern seine wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann noch irgendjemand Drittes in die Prüfung geschickt wurde, zumindest bei einer Kommilitonin war das so, die die mündliche Prüfung abnehmen sollte und die nicht mal die Bachelorarbeit gelesen hatte im Vorfeld. Also da hätte ich es mir auch sehr einfach machen können an der Stelle, aber irgendwie, ja, im Master habe ich es dann richtig gemacht. Ich hätte mit Sicherheit bestimmt ein Thema gefunden für meine Bachelorarbeit so aus dem rechtlichen Raum, weil ich da ja immer sehr interessiert bin, aber ich glaube, das wäre nicht gut gegangen. Und im Abitur habe ich schon damals gewusst, dass ich, ich konnte Mathe, ich habe es verstanden und wenn es dann in die Prüfung ging, dann konnte ich es aber nicht gut genug anwenden beziehungsweise nicht so, wie mein Lehrer das immer haben wollte und deswegen war mir von vornherein klar, dass ich das Ding nicht gewinnen kann, zumal das zumindest das Abitur Mathematik zu meiner Zeit in Berlin berühmt-berüchtigt dafür war, dass da sogar Leute, die die absoluten Mathe-Nerds sind, da ihre Schwierigkeiten bekommen und selbst hier Leute vom Gymnasium da wohl schwitzen bekamen. Von daher war für mich klar, ich gehöre nicht zu den Leuten, die so gut in Mathe sind. Von daher fällt es für mich raus. Ich habe aber aktuell einen guten Freund, der auch im Bachelor ist, der, ich glaube, auch zu Polizeirecht, wenn ich mich nicht irre, seine Bachelorarbeit schreiben will und ich und Freunde versuchen, ihn immer noch davon zu überzeugen, dass er sein Thema der Bachelorarbeit doch dahingehend ändern soll, die Fragestellung zu beantworten, wie oft darf ich bei Notwehr eigentlich nachladen? Das ist eine ganz spannende, das könnte tatsächlich eine spannende Frage werden. Genau, wenn man das das erste Mal hört, fängt man nämlich an, drüber zu lachen und wenn man dann aber anfängt, darüber nachzudenken, naja, also wäre halt wirklich mal eine spannende Frage, darf ich, also wie oft darf ich in Notwehr nachladen? Kann man ja durchaus rechtlich aufrollen und dann halt sagen, okay, also die Frage ist, darf ich überhaupt nachladen? Wie oft darf ich nachladen? Also, wenn am Ende diese Analyse halt rauskommt, na, sie dürfen überhaupt gar nicht nachladen, weil das in Deutschland quasi, jetzt Beispiel, ich habe es jetzt nicht analysiert, aber wenn du dann in der Betrachtung halt dahin kommst zu sagen, naja, im Endeffekt, dass du in Deutschland, wenn man es genau nimmt, so gut wie gar nicht mal schießen in Notwehr, Beispiel, dann ist es ja durchaus, durchaus eine entsprechende Arbeit und eine Fragestellung, die du bearbeitet hast, nur er hat sich bisher noch nicht, also sein Studium neigt sich, also er hat, glaube ich, noch ein paar Semester, aber es neigt sich so langsam Richtung Mitte, Richtung Ende und deswegen haben wir, ja, haben wir ihn leider noch nicht davon überzeugt bekommen und wir haben langsam die Hoffnung verloren, dass das noch was wird. Vielleicht habe ich ja, jetzt war ich kurz abgelenkt, vielleicht habe ich ja das Glück, sollten wir nachher doch mal sprechen, ob ich ihn, wenn du sagst, er neigt sich jetzt dem Ende, dann müsste er ja jetzt im sechsten Semester sein, richtig? Ich weiß es tatsächlich gar nicht, in welchem Semester er gerade genau ist, ich weiß, dass er, der hat so, der läuft auch nicht über, der läuft, ich weiß gar nicht, der läuft, glaube ich, über die HWR, aber die haben, die haben das Studium von ihm so ein bisschen, sag schon, so ein bisschen umstrukturiert, also der hatte jetzt, der hatte jetzt ein Praktikum, ich glaube, der muss aber mehrere Praktika machen, ich weiß es nicht genau, deswegen ist es, ist es ein bisschen schwer für mich nachzuvollziehen, in welchem, in welchem Dings er gerade ist. In welchem Semester er ist. Okay. Ja, spannende Sache auf alle Fälle. Zweites Thema, was ich bei mir auf dem Zettel habe, wir werden jetzt komplett mainstream, aber wir haben ganz oft hier in diesem Podcast auch über Clan-Kriminalität gesprochen und über die diversen Clans, die wir hier haben und haben immer wieder darauf verwiesen, welche Spiegel-TV-Dokumentationen es gibt. Ich kann wirklich, wie wahrscheinlich jeder, jeder andere Podcast, den ich diese Woche gehört habe, also diese Woche ist gut, also zur Transparenz, wir haben Montag, den 29.11. 21 Uhr, also auch die vergangene Woche, haben alle gesagt, Bushido-Doku anschauen, Bushido-Doku anschauen und das war tatsächlich, dass ich, Du solltest mit Deine Hausfrau reden, sie quatscht einfach in den Podcast. Ja, total unhöflich, jetzt ist plötzlich meine Alexa hier angesprungen. irgendwie der Störer-Podcast zu sein, also alle, die es gerade mitbekommen haben, während ich geredet habe, was uns abgelenkt hat, es war jemand anders, der hier auch rein, rein, wie sagt man, nicht pranken, der quasi eine Podcast-Bomb gemacht hat, statt einer Fotobomb. Genau, jetzt hat es auch noch Alexa gemacht und damit, ich sollte den Namen nicht so oft sagen, aber jetzt reagiert es auch nicht mehr, jetzt ist sie pissig. Jetzt ist sie eingeschnappt. So, also was habe ich gesagt? Ja, ich habe ja gesagt, ich, große, große, große Empfehlung an dieser Stelle, schaut sie euch an, ich habe das wirklich tatsächlich gestern und das ist seit Ewigkeiten, also weder, weiß ich nicht, Haus des Geldes, noch neue Rick and Morty-Folgen, noch irgendeine andere Serie auf Netflix, also die Doku läuft auf Amazon Prime, hat mich tatsächlich seit Ewigkeiten so gefesselt, dass ich von vornherein, die auch wirklich durchgesuchtet habe, aber an einem Tag, sind glaube ich sechs Folgen, die aber auch jeweils relativ lange gehen, ich glaube sogar über 45 Minuten, wer die Chance hat, soll sie sich wirklich angucken, man muss dazu sagen, man darf nicht vergessen, dass das auch untertitelt ist, mit Bushidos Wahrheit und ich glaube diese Doku ist auch recht einseitig, was dieses Verhältnis zwischen Arafat Abou-Chaker und Bushido angeht, aber es ist letztendlich sehr spannend und es wird immer wieder darauf verwiesen, dass man auch versucht hat, die Abou-Chaker-Clan oder Familie anzusprechen und ihre Seite zu hören und die hatten aber kein Interesse, man hört auch Polizei, Polizisten vom LKA, die sich dazu äußern und eigentlich ist es ganz spannend, auch nochmal zu sehen und vor allem, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, für mich war das total spannend zu sehen, der mit der Musik, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dadurch, dass ich auch in Nordneukölln, also in Neukölln groß geworden bin und tatsächlich in Nordneukölln zur Schule gegangen bin, als Agro Berlin aufkam, Sido aufkam, dann Bushido aufkam, erst guter Junge-Label aufkam, groß wurde und eigentlich irgendwie einzig und allein bei uns auf dem Schulhof gehört wurde, war das jetzt auch nochmal ganz faszinierend, nochmal in die Vergangenheit reinzugucken, auf der einen Seite das, was man damals nicht mitbekommen hat und zweitens auch nochmal so ein bisschen die Geschichte hinter der Bedrohung sich anzuhören und zu schauen, das wird auch ganz spannend dargestellt, wie macht eigentlich ein LKA so eine Gefährdungseinschätzung, auf welcher Basis, wie schnell passiert das, wie arbeitet der Personenschutz beim LKA Berlin, also mehr als tatsächlich nur Bushido-Story, wenn man sich darauf einlassen möchte, aber an sich absolut total lohnenswert zu gucken und auch nur zu gucken, wenn man Interesse an Rap-Musik hat, also absolute Sehempfehlung. Jetzt hört es sich tatsächlich schon wieder interessanter aus, als mein erster Eindruck war, ich glaube, da muss ich doch mal reingucken. Ja, also es ist, ich finde es auf vielen Ebenen, es ist unglaublich spannend, auf seiner Ebene, du musst dich darauf einlassen, das klingt jetzt so ein bisschen hochgestochen, aber du musst dich so ein bisschen darauf einlassen, weil, und so heißt ja unser Podcast auch, Sicherheitsphilosophen, und du musst auch so ein bisschen die Gedanken mal zulassen, an dieser Stelle zu sagen, naja, also er geht sehr transparent, zumindest aus seiner Perspektive damit um, wie es überhaupt zu diesem Bündnis, Clan-Kriminalität, Bushido gekommen ist, und du ertappst dich dann zwischendurch schon bei dem Gedanken und sagst dir, okay, pass mal auf, da erhält jemand seit, ich glaube jetzt inzwischen drei Jahren, 24-7-Personenschutz, und zwar nicht nur ein Beamter, sondern ein komplettes Team, das für seine Frau, die unglaublich bemerkenswert ist an dieser Stelle, also ich glaube, jeder, der männliche oder auch weibliche, ist ja völlig egal, sich das schaut, der kommt nachher wirklich auch zu diesem Gedanken und sagt sich, jetzt weder vom Aussehen, aber einfach vom Charakter her und von der Stärke, die diese Frau ausstrahlt, wünscht sich genau so eine Frau, die da ihren Mann steht und auch zu ihm steht und auch dann die Geschicke in die Hand nimmt und das merkt man deutlich stärker als wenn, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgt hast, aber aus den Boulevardmedien war schon immer, hieß es ja, dass Anna-Maria Ferchichi die treibende Kraft an dieser Stelle war, aber in der Doku wird das nochmal sehr deutlich und was für eine Power sie eigentlich hat, aber du ertappst dich eben auch bei so Gedanken, wo du sagst, wo er dann auch sagt, ja, ich wusste, wer er ist, ich wusste, mit wem ich den Vertrag unterschreibe und dann fängst du halt eben dann auch an, darüber nachzudenken, okay, also du weißt, du legst dich mit einem, oder du gehst ein Bündnis mit dem Teufel ein und du weißt auch, was dieser Mensch macht und du weißt auch, wie du aus diesem Vertrag bei Universal oder bei Sony rausgekommen bist, du weißt auch, dass du jetzt in Berlin im Gangster-Rap-Business eine große Klappe hast, weil niemand dich anfassen wird, weil Arafat Abou-Chaka hinter dir steht und dann irgendwann denkst du dir, ah, so geil war die Story trotzdem nicht und plötzlich von heute auf morgen wechselst du die Seiten und jetzt soll der Steuerzahler für deinen Fehler aufkommen. Also da sind auch so ein paar Gedankenprozesse dabei, wo du dann sagst, okay, ist es nicht eigentlich so, dass du selber schuld bist, ist dieser Mensch nicht selber schuld, weil er sich wusste, worauf er sich einlässt und eben nicht nur reingerutscht ist und total spannend aus vielen Ebenen, aber auch für jemanden, der einfach sagt, ich interessiere mich für Musik, mega. Ja gut, wie man jetzt dazu steht, dass quasi der Steuerzahler dafür zahlen muss, dass Bushido samt Familie quasi beschützt werden muss, da kann jeder seine eigenen Gedanken zu haben, vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, wenn man dann erfährt, ja, ja, ich wusste, dass das ein Hochkrimineller ist, mit dem ich mich da gerade einlasse, kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Und er auch vor allem wirtschaftlich profitiert hat davon, ne? Also das muss man ja auch ganz ehrlich dazu sagen. Ja, ja, da ging ja auch noch so ein Aufschrei durch die Medien, als der damals mit, ich weiß gar nicht, ob Arafat Abou-Chaker dabei war, aber Bushido hat ja sogar mal, oder war ja mal Gast im Bundestag, hat sich da irgendwas angeguckt, da gab es ja auch so einen Aufschrei, da gab es damals, glaube ich, sogar die Vermutung, dass er in die Politik gehen will oder irgendwie sowas, finde ich mich nicht ganz irre. Oh, ja, ich erinnere mich auch düster, ja. Ja, so mit dem ganzen Hintergrund, auch wie er sich ein Beisein von Abou-Chaker benommen hat, da kann man jetzt drüber diskutieren und kann seine, wie gesagt, kann seine Meinung zu haben, kann er es gut finden, kann er es schlecht finden. Ich weiß nicht, ich muss mir das erstmal angucken, bevor ich mir da eine Meinung zu bilde, aber ja, mal gucken. Bin gespannt. Also abschließend vielleicht dazu, ich habe ihn 2017 live gesehen, Arafat war nicht dabei, aber seine Brüder oder zumindest aus diesem Milieu dabei, und zwar war das ja die Zeit, wo ich weg wollte von Zalando und... Ich habe gerade einen Sicherheitschef gesucht. Genau, und der gerade in Teil Mach nur in die Villa eingezogen ist und ein Sicherheitskonzept brauchte und morgen klopft die Polizei hier an der Tür. Nee, und da war ich ja noch zwischenzeitlich drei Monate während meiner Kündigungsfrist da im Veranstaltungsdienst hier in Berlin tätig gewesen, weil, ja, muss man jetzt nicht ausbreiten, warum, wieso, weshalb, in dieser Übergangsphase und da war ich hier tatsächlich beim Kiss Cup gewesen, in der Max-Schmeling-Halle, glaube ich, und war dort im Backstage-Bereich eingesetzt worden und hat praktisch den Zulass zur Bühne gemacht oder zum Innenraum, was als Bühne ausgebaut war und da habe ich tatsächlich im Backstage-Bereich Bushido kennengelernt mit den Leuten, die ihn dort begleitet haben und habe tatsächlich das erste Mal so dieses Gefühl auch erlebt von... macht, weil irgendwie keiner sich traute, ihn anzusprechen, die haben sich absolut daneben benommen. Wen jetzt? Sido anzusprechen oder Bushido? Bushido, Bushido. Bushido und, ähm, ähm, die, die Jungs, die ihn da begleitet haben. Ähm, die haben sich absolut daneben benommen, ähm, und geraucht, gekifft, meine ich auch und, ähm, gepöbelt und irgendwie, ja, total, daneben, aber irgendwie, ab, waren das dann so, weißt du, da war ich dann kleines Licht gewesen, einer von, weiß ich nicht wie viel, 200 und dann, dann machst du selber da nichts an der Stelle, dann holst du deinen Vorgesetzten, dann weißt du ihn darauf hin, hier, pass mal auf, Rauchverbot, aber kriegst du nicht durchgesetzt bei den Jungs und dann kommen dann solche Antworten wie, ja gut, dann nehmen wir jetzt den Rauchmelder hier raus aus, aus der, aus der Kette und dann passt er schon und, ähm, ja, dann guckst du halt in die andere Richtung und sowas und das, das habe ich echt so dieses Gefühl aus, aus Angst und, ähm, Ehrfurcht und, und Einschüchterung mitbekommen, dass ich diese Doku bis zum gewissen Part tatsächlich auch deutlich besser nachvollziehen konnte. Aber gut, das ist in der Vergangenheit, er will sich jetzt gebessert haben, hat sich, glaube ich, auch gebessert, hat festgestellt, dass er ein Fehler ist, aber ich glaube, dass dieses ganze Rap-Business und das hat auch der ein oder andere, glaube ich, da vom LKA gesagt, ähm, hat sich inzwischen so aufgepusht, dass du ohne, ohne Rücken, also ohne, dass jemand hinter dir steht und den Rücken frei hält, glaube ich, in diesem Business, zumindest in Berlin, nicht mehr viel, ähm, anstellen kannst. Ja, ich kenne mich jetzt im Rap-Business oder in der ganzen Szene, sage ich mal, kenne ich mich nicht gut genug aus, um da was zu sagen zu können, aber ich würde es mir bei dem, was die ja teilweise da von sich lassen und wie sie da gegenseitig, ich kann mich auch erinnern, hier, ich glaube, Flair war das, Flair hat doch auch mit irgendwem damals dann übelst Stress geschoben, die haben sich ja da gegenseitig alle irgendwie, zumindest was ich mitbekommen habe als Laie, haben die sich ja da gegenseitig immer angemacht und haben sich quasi gegenseitig den, den, quasi den Krieg versprochen. Es wird mich nicht wundern, wenn es genauso ist, wie du sagst, dass man da jemanden im Rücken haben muss, aber nicht ganz so meine Musikwelt, muss ich ehrlich zugeben. Raphael hört lieber Schlagern. Genau, ich bin eher so ein Helene Fischer Fan, zumindest bevor sie schwanger war und hübsch und nicht so alt aus sah. Wir haben übrigens einen kompletten Fehler gemacht diese Woche, ne? haben wir. Wir haben, wir haben diese Podcastaufnahme auf den falschen Tag gelegt. Wir hätten sie Donnerstag machen müssen. Warum? Du hättest wieder live vom Zapfenstreich berichten können. Ist Donnerstag schon wieder Zapfenstreich? Ja, und zwar unsere allerherzliebste und ich glaube wirklich, und das ist jetzt mal ohne Spaß, wir werden sie noch sehr, sehr vermissen, ihre ruhige Art, Frau Dr. Angela Merkel verabschiedet wird. Wieder vom Bundesrat? Musik auswahl? Das weiß ich, kann ich dir aus dem Kopf gar nicht so sagen. Von der Musik auswahl, die habe ich mir gemerkt, nämlich, Du hast den Farbfilm vergessen, Echt jetzt? Mein Michael, ja. Ja, ja, ja. Und Es soll rote Rosen für mich regnen. Und nicht Kyrie Eleeson, sondern Gott ist groß oder sowas. Irgendwie noch so ein kirchliches Lied hat sie sich ausgesucht. Naja. Hätten wir wieder live berichten können und du hättest erzählen können, wie viele Leute da gerade umkippen vom Bataillon. Aber ohne Witz, also ich glaube echt, dass wir mit Cum-Ex-Olaf möglicherweise die bessere Wahl gezogen haben als mit Armin Ich-Bepöbel-Gerne-Kleine-Kinder-Laschet. Aber ich glaube, dass wir diese Art von ihr noch vermissen werden. Mal abwarten. Mal abwarten. Kommen wir zu unserem Hauptthema heute. Richtig. Und zwar wollen wir noch mal, haben wir einleitend schon mal gesagt, wir wollen ja noch mal so ein bisschen dem Thema Bezahlung, Qualifikation diesmal als Schwerpunkt nehmen. Und du hattest ja letztes Mal gesagt, du möchtest noch einen Monolog halten oder hättest noch tatsächlich die ein oder andere Idee zu einer Zuschrift. Und ich suche sie jetzt mal gerade raus, die wir zur letzten Folge bekommen haben. Leider habe ich mir natürlich nicht den Namen aufgeschrieben. Aber die Zuschrift lautete, willst du mehr verdienen, dann qualifiziere dich. Kann ich als Auftraggeber qualifiziertes Personal anbieten, bekomme ich bessere Aufträge. Das war ja der Aufhänger, dass wir gesagt haben, in dieser Folge werden wir uns darüber nochmal unterhalten. Und ich glaube, dass wir unseren Zuhörern an dieser Stelle tatsächlich gar nicht mehr so wirklich die Qualifizierungspyramide aufzeigen müssen. Jeder von uns weiß, was für Einstiegsqualifikationen es gibt, die über 90% überwiegen, nämlich mit Unterrichtung und Sachkundeprüfung unter allen Mitarbeitern. Und der Rest hat dann so ein bisschen Fachkraft, GSSK, vielleicht auch das ein oder andere Studium an dieser Stelle. Aber die 90% finde ich halt erschreckend. Und da fand ich diese Aussage im Kontext ganz spannend. Aber Raphael, du hast dir Gedanken dazu gemacht. Dann würde ich sagen, deine Einleitung heute. Ja, ich habe mir unglaublich viele Gedanken gemacht seit unserer letzten Aufnahme. Ich habe mir regelrecht ganze Tag und Nacht hast du wieder nachgedacht. Ich habe davon geträumt. Ich habe mir quasi ein halbes Jahrbuch zusammengeschrieben mit Argumenten und nein, Spaß beiseite. Das, was mich so in erster Linie also so im ersten Hinblick würde ich sagen, ja, gebe ich recht. Stimmt schon. Also, wenn du dich qualifizierst, dann, und du kannst als Arbeit oder Auftragnehmer qualifiziertes Personal anbieten, bekommst du bessere Aufträge, aber wenn man das mal so zerlegt, muss ich ehrlich zugreifen, glaube ich nicht so dran. Grund dafür, das ist jetzt nicht mal böse gemeint, würde ich jetzt aber mal Wirtschaft anführen beziehungsweise in dem Fall sogar Hardcore-Kapitalismus. nur weil ich jemanden besser qualifiziere und den als besser qualifiziert anpreise, sage ich mal, heißt es ja nicht automatisch, dass ich auch den besseren Auftrag bekomme. Wenn ich mir viele Unternehmen, zumindest jetzt so im Raum Berlin, ich möchte jetzt nicht für ganz Deutschland sprechen, aber wenn ich mir viele Unternehmen im Raum Berlin und auch teilweise meine Unternehmen, das Unternehmen, in dem ich im Rheinland gearbeitet habe, anschaue, also entweder haben die klare Vorstellung, was sie haben wollen und bezahlen dann halt auch genau diese Qualifikation, was grundsätzlich dem Auftragnehmer jetzt keinen Vorteil bringt, wenn er sein Personal über diesen geforderten Standard hinaus qualifiziert, weil er kriegt ihn nicht bezahlt. Auf der anderen Seite hast du zumindest, das ist das, was ich im Berliner Raum sehr häufig feststelle, hast du in den Unternehmen teilweise Leute, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen müssen, die von der Thematik, so böse das klingt, aber einfach überhaupt gar keine Ahnung haben. Und wenn die dann halt irgendwo herbekommen, naja, so das Niedrigste an Sicherheitspersonal, was ich quasi akquirieren kann oder was ich auftragen kann, das ist so eine Sachkundeprüfung nach 34a der Gewerbeordnung und der kostet mich, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, da könntest du mir wahrscheinlich wieder aus dem Stehgreif helfen, aber wenn ich dafür, ich sage jetzt mal pauschal 10 Euro weniger zahlen kann bei in Anführungszeichen gleicher Arbeit, als wenn ich den, weiß ich nicht, die FKSS oder die GSSK nehme, dann stellt sich mir aus wirtschaftlichen Gründen wieder die Frage, okay, also warum soll ich jetzt eine teure Kraft bezahlen, wenn die genau das gleiche macht, wie die günstigere Kraft, wo ich aber so an einer, nur für eine Mannsstunde mal so gerade 10 Euro spare, das ist jetzt ein vereinfachtes Beispiel, ich verstehe die Zuschrift und ich halte es auch richtig, ja, man sollte allein schon Mitarbeiterbindung und auch Wertschätzung, sollte man Leute auch weiter qualifizieren, habe ich so in der Form tatsächlich aber, wenn es hochkommt, vielleicht zwei, drei Sicherheitsdienstleister bisher erlebt, die das gemacht haben, also im Rheinland hatte ich tatsächlich einen Dienstleister, der hat seine Leute, da gab es einfach höhere Anforderungen und da hat der Einsatzleiter, hat sich hingestellt, hat gesagt, ja, wenn die Mitarbeiter, die ich teilweise neu anstelle oder die halt aus anderen Bereichen zu mir wechseln, wenn ich feststelle, dass sie einen guten Job machen, dass sie dabei sind, dass die Bock haben, dann hat er die auch qualifiziert, das ist bei einem der Mitarbeiter, die er hatte, der war wirklich sehr, sehr engagiert, der hat auch organisatorische Aufgaben übernommen, hat Leute eingeteilt, etc., hat auch ausgeholfen, der war wirklich sehr viel im Dienst im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und das ist auch, soweit ich weiß, der Einzige, den er dann, der hat sich, glaube ich, sogar hochgearbeitet von, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der hat sich von der Sachkunde hochgearbeitet zu einer GSSK und dem hat er dann, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefüge nicht mehr genau im Kopf oder der hatte, glaube ich, eine FKSS sogar und dem hat er sogar, da hat er sich für eingesetzt, dass dieser Mitarbeiter dann, ich glaube, der hat den dann zur Schulung oder beziehungsweise zur Weiterbildung für den Meister für Schützen Sicherheit angemeldet und auch, ich glaube, der hat den sogar durchgeboxt, also der hat die Qualifikation am Ende bekommen, was ich super finde, also das ist ja im Endeffekt nach meinem Dafürhalten das, was Führungskräfte oder Mitarbeiterführung ausmacht, dass man die, wo man sieht, okay, die bringt, dass man die halt auch lohnt für das, was sie machen, de facto rein operativ hat er sich aber einen seiner besten Mitarbeiter quasi rausgenommen, weil er den als Meister nicht mehr bezahlen kann, weil der Auftrag das nicht hergab und der Meister nie gefordert wurde, was dazu geführt hat, dass er quasi den Mitarbeiter so weit entwickelt hat oder qualifiziert hat, dass der Mitarbeiter dann eigene Aufträge übernommen hat mit eigenen, mit eigenem quasi Personalstamm auf einem anderen Auftrag, aber er sich selber quasi gute Leute wegqualifiziert hat. Da sagst du was ganz Wichtiges, wenn ich mal ganz kurz da einhacke, weil ich glaube, das ist auch eine riesige Angst, die die Unternehmen auch haben. Wir haben nun mal und ich würde tatsächlich, auch wenn wir wahrscheinlich noch über zwei oder drei Jahre in der Zukunft über Corona reden, übrigens finde ich gut, dass wir heute nicht über Corona gesprochen haben eingangs. Ich glaube, das ist die erste Folge irgendwie seit 2019, in dem wir nicht über Corona gesprochen haben von Beginn an irgendwo dazwischen. Das sollen wir jetzt auch nicht machen, aber ich glaube, wenn wir das mal ausblenden, dann haben wir ja eine komplett prekäre Arbeitsmarktsituation und die wird auch wieder kommen und das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, dass ich glaube, dass wir da nur nach Großbritannien gucken müssen und die Leute einfach weg sind und die Aufträge nachher wiederkommen werden und ich glaube, dass die Angst bei den Unternehmen noch steigt, die dann sagen, okay, ich würde selbst in die Zukunft investieren bei meinem Mitarbeiter und ihn qualifizieren, aber es gibt ja nun mal auch, und das hast du ja auch so ein bisschen angedeutet, es gibt ja nun mal auch Aufträge, in denen Mitarbeiter mit einer höheren Qualifikation gefordert werden, nicht nur eben die klassischen 90%, die wirklich, glaube ich, auch vom Markt her diese 90% das wirtschaftlichen Anteilsausmachen jetzt mal spekulativ oder als These aufgestellt, aber es gibt nun mal Stellen, die sehr gut bezahlt sind, also. Genau, also mir ging es, also ich möchte das nicht falsch verstanden wissen, also mir geht es nicht darum, dass ich sage, ach scheiß drauf, was soll ich meinen Mitarbeiter qualifizieren, meinen Auftrag gibt das nicht her, also das, so eine Qualifikation, gerade bei Größeren, die ja dann teilweise auch nicht gerade günstig sind, die sind ja durchaus eine Belohnung und sind ja auch eine Wertschätzung und ich bin auch der nach wie vor der Meinung, dass das, dass es das richtige, das richtige Zeichen an die Mitarbeiter halt ist, wenn der halt einen guten Job macht, kann man den halt auch nach einer gewissen Zeit entsprechend belohnen und sagen, okay, hier kommen von der Firma oder von der Firma bezahlt, bieten wir die, die und die Qualifikation an. Soll man auch bitte so weitermachen, würde ich mich auch darüber freuen, wenn wir das, ich sage mal, in Anführungszeichen deutschlandweit, branchenweit, wenn man davon häufiger Gebrauch machen würde bei den richtigen Leuten. Aber es ist halt die Gefahr, ne, also ich glaube, wir haben das ja damals so gemacht bei Secretas, als ich da noch Supervisor war, da haben wir das genau gemacht. Wir haben uns im Jahr zwei Leute rausgesucht und haben die qualifiziert. Wir wussten aber, dass wir, und das ist ja so ein kleiner Mythos, um hier mal mit aufzuräumen, ja, es gibt dann diese Knebelverträge, du musst dich so und so lange verpflichten, Pustekuchen hält vor keinem Arbeitsgericht stand. Aber wir wussten, dass wir eben auch als Secretas Deutschland, als Marktführer diesen Menschen, wenn er sagt, okay, jetzt habe ich meine Fachkraft, Qualifikation und ey, jetzt möchte ich aber auch irgendwie das Geld verdienen, weil ich irgendwie dafür gearbeitet habe und zwar morgen und nicht erst in zwei Jahren, haben wir gesagt, okay, pass auf, wir suchen uns, wir möchten diesen Menschen halten innerhalb der Secretas Company und wir suchen denen eben eine andere Funktion dafür. Aber ich glaube, vor allem kleine mittelständische Unternehmen haben dieses Problem, dass sie sagen, okay, ich möchte meinen Mitarbeitern was Gutes tun, auch mit einer Qualifizierung, habe vielleicht heute noch nicht den Auftrag, gegebenenfalls investiere ich da in die Zukunft, weil dann kann ich mich ja vielleicht eben auch auf lukrativere Aufträge bewerben, dauert aber seine Zeit, auch so eine Umschulung zur Fachkraft, dauert je nach Format aber mindestens sechs Monate oder GSSK mindestens sechs Monate und Ausbildung, Qualifizierung weitergehen, das dauert eben seine Zeit, ich investiere da in den Mitarbeiter in die Zukunft, dann dauert es vielleicht auch nochmal ein Jahr, bis ich einen Auftrag gewinne oder eine Ausschreibung gewinne, wo ich diesen Mitarbeiter einsetzen kann, aber in der Zwischenzeit ist er bei diesen prekären Verhältnissen schon ins nächste Unternehmen gewechselt, dass ihm vielleicht auch noch die Abfindung zahlt und die Qualifizierung, die er mir dann irgendwie noch schuldet, weil zumindest eine gewisse Form des Geschadensersatzes an dieser Stelle passieren kann. Ich sehe das tatsächlich von einem etwas anderen Punkt aus, also wie gesagt, ich halte Mitarbeiterqualifizierung als Belohnung oder als Mitarbeiterbindung, finde ich das nicht verkehrt, also ich habe damals, als ich in der Veranstaltung gearbeitet habe, hat meine Firma, ich bin eingestiegen als Servicekraft, also ich hatte gar nichts, ich habe halt die Inhalte teilweise durch mein Studium schon gehabt, im zweiten, dritten Semester war das, also erstes, zweites Semester so an dem Dreh, da hatte ich so die notwendigen rechtlichen Grundlagen etc., die du für eine Sachkunde brauchst, die hatte ich halt, also da konnte ich halt mit dem Dozenten, der dann die Sachkunde, der uns auf die Sachkunde vorbereitet hat, ich konnte mit dem halt diskutieren, so alle anderen haben halt, ich sag mal, in die Wand gestarrt und haben sich quasi so, also den hast du teilweise angesehen, so hey, wovon reden die, ich komme nicht mehr mit, weil war auch nicht deren Fokus, alles gut und ich habe damals tatsächlich auch so einen Vertrag unterschrieben, dass ich so und so viele Stunden im Unternehmen quasi erbringen muss, dafür, dass das Unternehmen mir die Sachkunde bezahlt hat, war für mich jetzt nicht schlimm, habe ich auf einer Arschbacke in einem Monat abgesessen und dann war ich halt durch mit der Geschichte, was ich aber eher meinte, ist, ich finde es super, wenn wir Leute qualifizieren, auch wenn wir aus, weiß ich nicht, wenn mein Unternehmen 100 Mitarbeiter hat und 50 davon sind Sachkunde, Sachkundemitarbeiter und ich merke, okay, die sind alle, die haben alle Bock drauf, die sind alle mit dabei, die bringen sich ein, die Schroben stunden, die helfen aus, die, also, das ist ein Unternehmen, ich würde jetzt mal sagen, weiß ich nicht, das ist ein Unternehmen, so hat einen Familiencharakter, weil alle sagen so, hey, so wenn das Unternehmen untergeht, gehen wir alle unter, wir müssen uns zusammenreißen, wenn ich dann die 50 Mitarbeiter, die Sachkunde sind, hochqualifiziere zu, weiß ich nicht, GSSK oder vielleicht sogar noch krasser, ich mache 25 davon, mache ich zu einer GSSK und 25 weitere, kriege ich sogar dazu, dass sie die FKSS machen, finde ich das gut, also definitiv, würde man auch nicht zurückschrecken vor, die Problematik, die ich dabei nur sehe, ist, ich qualifiziere Mitarbeiter und im Zweifelsfall habe ich Aufträge, wo das nicht gefordert ist und ich bekomme die Problematik, dass ich es nicht bezahlen kann, was nach wie vor so ein grundlegendes Problem ist, ich glaube, dass man über, dass man langfristig gesehen, also richtig zukunftsorientiert, glaube ich, wenn die Unternehmen da ein bisschen, also die Sicherheitsunternehmen, wenn die da ein bisschen mehr Druck machen würden an den richtigen Stellen, glaube ich, wäre das nicht mal so das große Problem, wenn man nämlich über diese Qualifikation der Mitarbeiter, jetzt nicht alle, aber den Großteil, wenn man die halt weiterqualifizieren würde, dass man dann auch so ein bisschen vielleicht in diesen Zugzwang innerhalb der Branche kommt, zu sagen, okay, wir brauchen keine Sachkunde mehr, weil die halt nicht mehr das bringt, was ich mit meinen Mitarbeitern halt stellen kann und wenn jedes Unternehmen, es wird nicht jedes Unternehmen so denken, weil es vielleicht auch nicht unbedingt so viele Großunternehmen gibt, alles gut, aber so rein perspektivisch, so langfristig gedacht, wäre das halt eine Möglichkeit, diese Sachkunde, die, ja, ich würde jetzt nicht sagen, nicht schlecht ist, aber auch nicht gut ist, um die halt komplett aus diesem Fokus zu nehmen, dass man halt Unternehmen, wenn die ankommen, sagen so, hey, ich brauche drei Sicherheitsmitarbeiter, gib mir mal das günstigste, was du, was du hast, weil will ich nicht viel Geld für ausgeben, dass man dann sich halt hinstellen kann, sagen kann, ja, das günstigste war vor ein paar Jahren eine Sachkunde, eine Sachkunde wird aber nicht mehr angeboten, weil die entspricht nicht dem, ich sag mal, dem Stand der Technik, wie du es aus anderen Bereichen kennst, sondern Stand der Technik, Sicherheitsbranche ist halt, dass man mindestens eine GSSK hat, die ist in bestimmten Bereichen ein bisschen weiterqualifiziert, die kann noch ein paar weitere Aufgaben übernehmen, die, Anführungszeichen, denkt auch selbstständig, nicht so wie vielleicht ein Sachkundemitarbeiter, dem du das quasi aufschreiben und so flieren musst, damit du überhaupt weißt, wie man atmet, um das mal so ganz provokant zu sagen und ich glaube, darüber kannst du die Branche auch so insgesamt ein bisschen aufwerten, hängt aber nach meinem Dafürhalten auch stark damit zusammen, dass du dann halt auch viele Unternehmen, also Auftragnehmer hast, die da mitziehen. Wenn du jetzt halt, weiß ich nicht, ich sag mal zehn Unternehmen hast unter 100 oder von mir aus unter 1000, die genau dieses Modell fahren, weil sie sagen, okay, wir wollen perspektivisch auf ein anderes, also auf ein höheres Niveau und der Rest aber nicht mitzieht und sagt, das ist doch mir scheißegal, ich kann mit der Sachkunde halt ordentlich Geld verdienen, weil ich in Anführungszeichen die Auftraggeber damit abziehen kann, dann ist dir ja nicht geholfen und das ist so der Hintergrund oder der Gedanke, den ich halt bei dieser Zuschrift, willst du mehr verdienen, musst du dich qualifizieren, dann kann ich halt auch bessere Aufträge bedienen, so im Hintergrund stand halt diese Sache von, ja, also aktuell ist es halt so, dass wir viele Aufträge haben, aber nur wenig, quasi bessere Aufträge, um bei dem ZDH zu bleiben und wenn ich jetzt nur noch Unternehmen habe, die sich um die 5% besseren Aufträge kabbeln, aber die ganzen anderen Aufträge nicht aufgewertet werden, dann ist mir mit einer Qualifizierung meiner Mitarbeiter oder meines gesamten Unternehmens nicht wirklich geholfen, wenn die Branche nicht mitzieht und das war so der Punkt, wo ich mir dachte, finde ich an sich nicht verkehrt, halte ich unter aktuellen Gegebenheiten tatsächlich aber für ein bisschen schwierig, weil dieses Mindset nicht da ist, also wir kennen... Also dieses Mindset ist auch beim Branchenverband nicht da, das war, ich hatte, wer vorhin fleißig mitgezählt hat, hat festgestellt, dass ich nur zwei Punkte von meinem Zettel erwähnt habe, weil ich dann doch dachte, der dritte Punkt passt vielleicht auch in diese Diskussion ganz gut und unabgesprochen passt sie auch ganz gut dazu. Heute war bei, heute war der Dr. Bertolt Stoppelkamp in der Gastvorlesung an der HWR gewesen, ich hatte mit dem Dozenten abgestimmt, dass ich auch in anderen Vorlesungen dabei sein darf und der Herr Stoppelkamp, wer ihn nicht kennt, ist Leiter des Hauptstadtbüros, das BDSW, also der sicherheitspolitische Einfluss der Arm der Sicherheitsbranche in die Politik hinein. Lasse ich jetzt mal an dieser Stelle auch völlig unbewertet, wie lang oder wie kurz ich diesen Arm in die Politik hineinsehe. Aber das, was du gesagt hast, das hat er heute auch nochmal bestätigt und auch nochmal wiedergespiegelt. Das, was wir als Vorstellung haben, wo wir sagen, und das ist immer mein Argument und ich glaube, das habe ich auch schon mal in diesem Podcast gesagt, wenn ich mir überlege, ein Orgelbauer und null Fingerpointing, zero Fingerpointing an dieser Stelle, aber ein Orgelbauer, bei dem vielleicht im Maximum es schief gehen kann, dass die Tasten klemmen, dass keine Töne rauskommen, dass irgendwie ein falscher Ton rauskommt oder whatever, der muss einen Meisterbrief seit 2009 vorlegen. Wir, die nach Paragraph 34a, Absatz 1, Satz 1 der Gewerbeordnung, gewerbsmäßig den Schutz für das Leben Dritter sicherstellen sollen, da reicht so eine minimale Zugangsvoraussetzung. Und ich habe ihn heute gefragt in dieser Vorlesung, warum der BDSW letztendlich immer noch darauf besteht, sie nennen es nachher in ihrem Eckpunkt, im Papier, also in ihrem Entwurf für das Sicherheitsdienstleistungsgesetz, nennen sie es ja nachher Basisqualifikation und vielleicht soll die auch statt der Sachkundevorbereitungskurs, der ja auch nicht festgelegt ist, kann ja von heute auf morgen auf eine Sachkundeprüfung oder zu einer Sachkundeprüfung eigentlich gehen, aber ich sage mal so im Durchschnitt vielleicht drei bis vier Monate, soll der halt vielleicht auch sechs Monate sein oder man ist sich da gar nicht so einig, aber man will diese, also so eine Mindestzugangsvoraussetzung haben. Anstatt wirklich sich mal hinzustellen und zu sagen, pass auf, wir schaffen diese Mindestvoraussetzung ab, weil wir einfach nicht in Einklang bringen können, dass wir hier einen gewerbsmäßigen Schutz, Menschen verlassen sich da drauf, dass ihr Leben geschützt wird per Gesetz und das eben nicht nur ein, und ich muss das leider auch bei der, sowohl bei der Unterrichtung als auch bei der Sachkundeprüfung sagen, ein Sitzschein darstellt, weil ich das tagtäglich miterlebe, wie die Teilnehmer aus den Akademien irgendwie durch ganz Deutschland gekarrt werden, weil ein Dozent an dieser Akademie oder vielleicht der Leiter der Akademie dann Prüfungsvorsitzender bei irgendeiner IHK irgendwo anders ist, also wir gar keine stringente Trennung haben, sondern wir immer auch eine Bevorzugung, würde ich jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, von bestimmten Personen haben, die eigentlich gar nicht in der Lage wären, selbst diese Sachkundeprüfung abzulegen und solange wir das noch haben, reden wir hier, so wie du es sagst, eben komplett nur über einen wirtschaftlichen Faktor, da spielt das Risiko und die Aufgabenstellung dieses beruflichen Kontextes gar keine Rolle, weil es nur und allein nicht darum geht, dass wir möglichst viele Menschen, und das hat er heute auch so deutlich gesagt, wir haben den Bedarf und wir müssen viele Menschen durchschleusen, damit sie in der Sicherheitsbranche arbeiten können und dann kommt immer wieder dieser Standardnebensatz, naja, wenn der Gesetzgeber will, dann soll er doch eine höhere Qualifikation reinschreiben und b, naja, die Kunden zahlen das ja noch gar nicht und das glaube ich gar nicht, ich bin der festen Überzeugung, so wie du das gerade gesagt hast, wenn wir die Mindestqualifikation anheben und zwar gesetzlich anheben und da steht ja im Eckpunktepapier des BDSWs nicht drin, wir brauchen eine Mindestqualifikation für öffentliche Ausschreibung, sondern da steht drin, wir brauchen einen Mindestvergabepreis oder ein Mindestvergabeverhältnis von 60% Preis zu 40% Qualifikation bei öffentlichen Ausschreibungen, dann weißt du doch, worauf es nachher wieder hinausläuft, dass wir nämlich die Basisqualifikation, die Mindestqualifikation nicht anfassen und diese praktisch als Zugangsvoraussetzung, damit wir Manpower bieten können, anstatt wirklich Qualität liefern können und da wird uns, wenn der BDSW tatsächlich an dieser Stelle diesen Einfluss mit seinen Mitgliedsunternehmen hat und nimmt, werden wir an diesem Problem nicht vorbeikommen und dann gebe ich dir vollkommen recht, dann kann ich Unternehmen haben, die sagen, hey, ich möchte meine Leute besser qualifizieren, ich möchte meine Mitarbeiter in Aufträge bringen, wo vielleicht wirklich Fachkraft oder GSSK gefordert ist, aber die wird das am Markt weiterhin nicht geben und das ist eigentlich schade, vor allem wenn wir nochmal, und das kann man nicht oft genug betonen, darüber reden, dass wir hier fremde Menschen schützen, das Leben, also das höchste Grundrecht, was wir in Deutschland kennen. Wolltest du dazu von mir jetzt noch eine Aussage oder woher kommt die Pause? Nein, ich wollte meinen Monolog an dieser Stelle unterbrechen. Nee, aber, also, ja, ohne jetzt nochmal groß drauf einzugehen, aber das war so mein Gedanke, den ich halt zu dieser Einzuschrift hatte. Ich kürze das, also ich möchte jetzt nicht noch weiter groß darauf eingehen, weil ich der Meinung bin, A, wir drehen uns dann im Kreis und wir haben alles dazu gesagt und B, ist ja nicht die einzige Zuschrift, die wir bekommen haben, auf die wir noch eingehen wollten. Genau, bevor wir auf die nächste eingehen, weil das gerade, glaube ich, an dieser Stelle passt, ich glaube, wir haben, ich habe nochmal zwei Beispiele mitgebracht, wo wir diesen, ich nenne ihn immer Kannibalisierungseffekt, auch nochmal ganz deutlich spüren und spüren werden. Der erste Punkt oder das erste Beispiel, was ich mitgebracht habe, darüber hat die Branche gejubelt. Ich glaube, wir dürfen an dieser Stelle nicht darüber jubeln. Ich werde auch gleich ausführen, warum. Nämlich, es begann, das erste Beispiel war, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Da haben auch wirklich auch Unternehmen, Branchenvertreter gejubelt. Endlich ist die Fachkraft für Schutz- und Sicherheitsausbildung auch im öffentlichen Dienst angekommen, weil der kommunale Ordnungsdienst in Dortmund für sich selber festgelegt hat, dass man praktisch die Mindestqualifikation Fachkraft für Schutz und Sicherheit braucht, um dort tätig zu werden, im kommunalen Ordnungsdienst, also für die Stadt Dortmund und dort dann im Ordnungsamt arbeitet. Ich sage auch warum, also meine These, warum wir darüber nicht jubeln sollten, nämlich aus folgenden Gründen. Wir arbeiten, wir bilden ja bereits an anderen Bereichen schon für Behörden aus. Also zum Beispiel kenne ich das hier aus Berlin, aber eigentlich auch deutschlandweit von der Bahn, die DB Sicherheit hat, glaube ich, eine sehr gute Qualifikation oder eine sehr gute Ausbildung, ist ja jetzt auch dieses Jahr ausgezeichnet worden mit dem Ausbildungspreis des BDSWs. Aber unabhängig davon, da sieht man schon sehr deutlich, dass wir dafür Behörden ausbilden, weil viele Polizeibehörden, auch die Bundespolizei sagt, da ist ein rudimentärer Grundstock, auch was dann nachher Zusammenarbeit geht, aber auch vor allem Rechtsausbildung etc. geschaffen worden, sodass wir diese Leute sehr gerne nehmen, weil sie eben a. schon berufliche Erfahrung haben im Bereich der Sicherheitsbranche, aber b. eben auch eine gewisse Qualifikation schon mitbringen. Wenn jetzt die kommunalen Ordnungsdienste anfangen auszubilden, dann werden die ja nicht nur ausbilden, sondern der Personalbedarf, und ich glaube, das sieht man jetzt auch gerade während der Corona-Branche sehr stark, dass ja auch vor allem die kommunalen Ordnungsdienste immer mehr Aufgaben bekommen und Kontrolltätigkeiten durchführen müssen, die eben nicht nur so, wie sie vielleicht mal gestartet haben, irgendwann auf Parkraumbewirtschaftung ausgelegt werden. Was heißt das? Also meine These an dieser Stelle ist, wenn sie selber ausbilden, dann werden sie zweigleisig fahren. Sie werden selber die Fachkraft für Schutz und Sicherheit ausbilden, sie werden aber gleichzeitig auch natürlich Fachkräfte für Schutz und Sicherheit einstellen wollen, also das heißt Stellenanzeigen schreiben. Für jemanden, und da drehen wir uns nicht im Kreis, aber das ergänzen wir zu den Ausführungen, die wir davor hatten, der sagt, okay, ich lasse mich jetzt qualifizieren als Fachkraft für Schutz und Sicherheit, sei es aus der Ausbildung heraus oder eben als Belobigung meines Chefs in einem Prozess der Weiterentwicklung und der Karriereleiter, ist das natürlich dann auch zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, aus einer unattraktiven Branche herauszuwechseln in den öffentlichen Dienst, was noch deutlich, deutlich, ja, A, höher angesehen ist, B, habe ich mehr Rechte, C, habe ich dann auch irgendwie hoheitliche Rechte, D, bin ich in den festen Wurzeln des öffentlichen Dienstes, also wenn ich keine goldenen Löffel klaue, dann kann ich da alt werden und in Rente gehen, krisensicherer Job, etc. Das heißt, das wird eine noch höhere Attraktivität haben. Das ist das erste Beispiel Dortmund, das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, dass ja auch München inzwischen darüber nach, denkt, und zwar München geht noch mal einen deutlichen Schritt weiter. München möchte seinen eigenen kommunalen Sicherheitsdienst aufbauen, der zwar dann zusammengefasst unter dem kommunalen Außendienst fallen würde, also sowas der kommunale Ordnungsdienst, dann woanders, aber die Bayern wollen ja immer ihre eigene Bezeichnung haben, aber die Stadt München plant tatsächlich ihre gesamten Liegenschaften, öffentlichen Liegenschaften, die heute outgesourced sind, durch einen externen Sicherheitsdienstleister bewacht werden, dann zukünftig durch eine eigene Abteilung des kommunalen Außendienstes zu bewachen, bewachen zu lassen und überwachen zu lassen, weil sie festgestellt haben, wir haben hier wirkliche Qualitätsmängel, Personalprobleme, wir geben uns in die Abhängigkeit des Sicherheitsdienstleisters und dort wird dann tatsächlich auch schon mal nur der preisliche Vergleich mal ausgemacht aus dem Artikel vom letzten Jahr und, nee, aus diesem Jahr sogar, das ist ganz aktuell und da wird, wenn wir da nur allein lesen, neben den Vorteilen, die wir jetzt auch gerade in Dortmund benannt haben, dass ich von einem Tariflohn von 11,65 Euro in München wechsle zu einem Tariflohn des öffentlichen Dienstes von 14 Euro plus Zuschläge, dann sind wir, glaube ich, genau an diesem Punkt, den wir letztes Jahr hatten, ähm, äh, nicht letztes Jahr, sondern in der letzten Folge hatten, wir sind so in einem Niedriglohnsektor, ich muss, wenn ich erst mal zu einem bestimmten Nettoeinkommen oder Bruttoeinkommen gekommen bin, ähm, bis dahin zählt einfach nur das Geld, bevor ich mir über andere Sachen Gedanken machen kann und wenn das beides natürlich zusammenkommt, also sicherer Hafen, krisensicherer Job, mehr Anerkennung und eine bessere Bezahlung, ich glaube, dann kann die Branche in München einpacken, weil das, da sind wir überhaupt nicht konkurrenzfähig. Das aber nochmal so als Abbinder zu, zu den, ähm, beiden Themen, ähm, die, ähm, dort jetzt nochmal auf, ja, die Ausbildung konkret und warum gibt's da vielleicht auch, warum haben dann der ein oder andere Unternehmer auch seine Ressentiments? Genau. Hast du eine zweite Zuschrift, die du hier uns jetzt vorstellen möchtest, damit ich hier nicht nur rede heute, obwohl ich vorneweg gesagt habe, dadurch, dass ich etwas matschig bin, eigentlich du wahrscheinlich mehr reden wirst, aber irgendwie dominiere ich dich gerade. Ja, dominiert fühlen tue ich mich nicht, also von daher alles gut. Ähm, na, du hast jetzt in unseren wunderschönen Regieplan ja ein paar Reihen gemacht, jetzt ist die Frage, welche du mir gerade zuschustern wolltest. Lass uns doch mal, weil ich das total spannend finde, von einer Userin hören, die das allererste Mal und für alle hier nochmal den Hinweis, ihr könnt das wirklich, wirklich machen, wir lesen das auch, unterschiedlichste Möglichkeiten, ihr könnt ab, seit zwei Folgen, seit zwei Folgen glaube ich, habe ich das eingebaut, könnt ihr uns auch über Spotify schreiben und dort eure Kommentare hinterlassen und einen Kommentar haben wir bekommen, der mit einem super Lob startet, nämlich, dass wir ein toller Podcast sind, vielen Dank dafür, aber sie hat gebeten, anonym zu bleiben, aber der zweite Punkt, den Aspekt, den sie dort einbringt, der passt vielleicht, ähm, auch ganz gut. Ja, dann übernehme ich den mal. Hallo, Userin, wir kennen dich, nicht alle kennen dich, aber ich kenne dich, wir sehen uns, wir werden nochmal darüber sprechen, nein, zurück zu ihrem Kommentar, ähm, ja, sie fängt halt an mit, äh, toller Podcast, eure Diskussion berücksichtigt, berücksichtigt aber nicht, dass es einen generellen Arbeitskräftemangel gibt, daher wäre die Frage, wie schafft man mit wenigen Leuten die gleiche Arbeit? Finde ich, die Frage finde ich toll, weil mit mir im Unternehmen gibt es dieses Problem quasi auch, dass es mehr Arbeit gibt als Leute, ähm, was dazu führt, dass einige Menschen immer von Arbeitsverdichtung sprechen, ähm, ist es, es entspricht ja so ein bisschen auch dem, dem, was ich letzte, äh, in unserem letzten, ähm, in unserer letzten Aufnahme auch angesprochen habe, dieser Vergleich zwischen, ähm, zwischen Fahrermangel, also Lkw-Fahrermangel und, äh, der Sicherheitsbranche, das wäre ja quasi da das beste Beispiel dafür sehen, wo wir hinsteuern, und jetzt die Frage, okay, wie schaffen wir es denn, die gleiche Arbeit mit weniger Leuten zu machen? Spannend. Jetzt gibt es da, hätte ich gesagt, gibt jetzt zwei Möglichkeiten, oder ich sehe jetzt per se erstmal zwei Optionen. Option eins ist, gar nicht, Punkt, fertig, aus, ähm, also wir können ja nicht von, von weiß ich nicht, fünf Leuten erwarten, dass sie die Arbeit von zehn machen, weil das wird auf lange Sicht nicht funktionieren. Die zweite Option wäre, dass man sagt, naja, ähm, also zumindest das, was ich jetzt so ad hoc, ähm, da sehe, die zweite Überlegung wäre, dass man sagt, naja, sie müssen halt die Arbeit von denen, die nicht da sind, schaffen, nur da müssen wir uns darüber auch bewusst sein, dass es unter, dass die Arbeit, die gemacht werden muss, unter Umständen, länger dauert. Funktioniert nur leider nicht in jedem Bereich, also, wenn ich irgendwie einen Auftrag für fünf Leute habe, oder einen Auftrag habe, wo ich fünf Leute brauche und mich habe aber nur drei, dann ist mir halt nicht geholfen, wenn ich den Auftrag mit drei besetzen, sage, ja, den Rest, der die anderen zwei machen würde, den mache ich halt später. Funktioniert halt in der Hinsicht nicht so gut. Das funktioniert, denke ich, Tür drei kontrolliere ich dann morgen. Ja, genau, also, was vier und fünf machen würden, das kontrolliere ich dann halt am nächsten Tag, wenn ich dafür wieder, wieder Zeit habe. Funktioniert ja so nicht. Ist mir auch bewusst, deswegen ist das wahrscheinlich eine grundsätzlichen Lösungsansatz, der wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, so in verwaltungstechnischen Bereichen deutlich besser funktionieren würde, als jetzt in dem Bereich, in dem wir uns hier bewegen, nämlich Sicherheitsbranche. Wenn man das jetzt wieder anführt, hätte ich gesagt, ich glaube, das ist gar nicht machbar. Also, spätestens, wenn es dann dazu geht, dass ich hier meine Leute irgendwie, also in Anführungszeichen, überfrachte mit, mach mal den Job, mach mal den Auftrag noch und da musst du bitte auch noch mal einspringen, weil ich habe nicht genug Leute. Also, irgendwann wird der Punkt erreicht sein, dass die Mitarbeiter mir sagen, sorry, ich bin jetzt nur noch am Arbeiten. Nee, also, das mache ich nicht mehr mit. Die nächste Sache sind dann halt die Arbeitsgesetze, die uns dann irgendwann einen Strichdurchrechnung machen und uns sagen, okay, pass auf, also du kannst deinen Mitarbeiter nicht 24 Stunden auf eine Position setzen, der braucht halt auch mal Pause und dann stellt sich halt mir auch wieder die Frage, wird darunter nicht die Qualität leiden? Insofern, jetzt nur bezogen auf die Sicherheitswirtschaft würde ich sagen, du hast nicht die Möglichkeit, die gleiche Arbeit mit weniger Leuten aufzufangen und da kann man mir jetzt Politik vorwerfen, aber im Endeffekt kann man da fast nur das Gleiche machen, was unsere Politiker immer erzählen, aber bis heute irgendwie immer noch nicht geschafft haben. Man muss den Job halt attraktiver machen, dass mehr Leute Interesse daran haben. Das Problem haben wir ja, oder hatten, ja, haben wir nach wie vor, haben wir ja im Handwerk. Ich glaube jetzt hier zum, zum 1. September geht, glaube ich, die Ausbildung immer los. Da haben sie im Radio irgendwie einmal angesagt, dass, ich weiß gar nicht, 30.000 Ausbildungsstellen in Deutschland immer noch nicht besetzt sind zum Ausbildungsstart, weil halt keiner ins Handwerk gehen will, also keinen klassischen Ausbildungsberuf machen will. Und das Problem hast du halt in der Pflege. Da erzählt uns unser wundersamer Bundesgesundheitsminister ja ständig, dass er den Job... Geschäftsführer da bitte. Ja. Das würde ich sehr gerne betonen an dieser Stelle. Der ist mindestens genauso gut wie sein Kollege für Verkehr und Infrastruktur. Der uns halt immer ständig erzählt, ja, und man muss halt den Pflege- und Gesundheitsberuf irgendwie attraktiver machen, aber ja, wie macht man das denn jetzt? Also ich habe auch keine Ad-Hoc-Lösung für das Problem. Geld ist, denke ich, immer eine gewisse, eine gewisse Anreiz. Also, seien wir mal ehrlich, wer am Ende mit 900 Euro netto aus einer 40-Stunden-Woche geht, der wird sich dreimal überlegen, ob er das macht, weil das, also verdient er ja vorne und hinten nicht genug, um halbwegs zu leben. Und wenn ich halt jeden Tag mir überlegen muss, ob ich damit genug Geld rausgehe, da werde ich auch nicht froh bei. Wir hatten das ja letztes Mal schon mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Ich muss halt bestimmte Bedürfnisse halt einfach decken und dann können wir darüber reden, ob ich über diesen Job oder über meine Qualifikation oder auch über die Stelle, ob ich Leute halt dafür begeistern kann. Da wird Geld nicht unerheblich sein. Ist es nie. Also wenn ich finanziell sicher bin, dann ist es ein anderes Arbeiten, als wenn ich jeden Tag überlegen muss, okay, reicht das Geld noch bis zum Ende des Monats? Dann kommt halt dazu, was für einen Job ich mache, wie sicher ist mein Job? Macht der Job mir Spaß, weil die Arbeit, die ich da mache, schön ist? Also ich habe das bei mir und als wir bei uns im Unternehmen einen Dienstleisterwechsel gemacht haben bei der Sicherheit, gab es einen Mitarbeiter, der hat sich hingestellt, hat gesagt, nee, ich wechsle nicht zu dem neuen Unternehmen, weil ich bleibe bei dem Unternehmen, wo ich bin. Ich schmeiße doch hier nicht alles weg, was ich mir quasi aufgebaut habe. Wo ich gesagt habe, okay, fair enough, kann ich nachvollziehen, würde ich wahrscheinlich auch nicht mal anders machen. Das hat dann, weiß ich gar nicht, ich glaube, das hat zwei, drei Monate gedauert und dann kam der plötzlich in dem T-Shirt des neuen Dienstleisters halt auch wieder an. Da habe ich den halt angeguckt, angegrinst und meinte so, na, war wohl doch nicht so geil, wie gesagt. Und der sagt dann auch, nee, tatsächlich liegt es einfach daran, dass er gemerkt hat, die Arbeit hier hat ihm halt Spaß gemacht, was auch damit zusammenhing, dass die Leute, die Leute, mit denen er halt zusammengearbeitet hat, also jetzt nicht immer seine eigenen Mitarbeiter, oder seinen eigenen Kollegen, sondern halt auch die Leute, mit denen er halt immer in Kontakt kam bei uns. Die Arbeit hat ihm halt Spaß gemacht und er hat gesagt, ja, er hat gemerkt, er ist jetzt in ein anderes Objekt versetzt worden, zwangsläufig. Und er hat halt gemerkt, das ist nicht das Gleiche und das hat ihm halt nicht Spaß gemacht und irgendwie war das halt doof und hat sich dann halt daraufhin entschieden und hat gesagt, nee, okay, gut, dann nehme ich jetzt unter Umständen ein paar, ich sage mal, Reduzierungen in Kauf, habe dann aber wieder die Umgebung, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und wo ich auch Spaß an der Arbeit hatte und da muss ich halt sagen und das sollte ja eigentlich so der Casus knaxus sein, also wenn Leute finanziell sicher sind, also jetzt nicht so, ich rede jetzt nicht davon, alle 10.000 Euro verdienen, das ist utopisch, aber wenn man so finanziell sicher ist, dass man sagen kann, okay, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann mein Auto bezahlen, ich kann mein Essen bezahlen und ich kann am Ende des Monats, kann ich mir vielleicht auch nochmal was leisten, weil ich Lust auf irgendwas habe oder ich kaufe mir da nochmal neue Sachen und ich muss mir nicht am Monatsende überlegen, scheiße, ich habe quasi Geld ausgegeben, das ich nicht mehr habe, weil es einfach zu knapp ist, dass ich dann halt an diesen Punkt komme, dass die Leute dann halt sagen, okay, Geld allein ist es halt nicht, mit Sicherheit, keiner wird sich darüber beschweren, wenn er am Ende die 10.000 Euro im Monat verdient, das wird es mit Sicherheit nicht geben, aber es wird irgendwann dieser Punkt bei jedem Menschen kommen, der wird bei jedem Menschen unterschiedlich sein, dass er sagt, okay, ich verdiene jetzt genug Geld, dass ich finanziell gesichert bin, aber macht mir der Job auch wirklich Spaß? Aber da sagst du, und das ist glaube ich so, das ist halt so das, was man anregen muss, auch in der Pflege. Pflege ist, würde ich jetzt von meiner Seite sagen, ist zumindest für mich ein hoch respektabler Beruf. Also die Leute, die da einen Job machen, ob das Krankenschwestern sind, ob das Pflegekräfte sind, Krankenschwestern, Brüder, wie auch immer wir sie nennen, egal in welchem Bereich, die machen einen unglaublich harten Job, nicht erst seit der Pandemie, auch schon davor. Und ich muss auch ehrlich zugeben, es ist ein Job, den ich nicht machen wollen würde, weil das einfach überhaupt nicht meins ist. Es gibt aber Leute, die das machen, die machen das sehr gerne und die machen diesen Job gerne und auch mit Hingebung und mit Leidenschaft und hast du nicht gesehen. Ich bin trotzdem der Meinung, die werden viel zu schlecht dafür bezahlt und sie machen den Job trotzdem. Und da sieht man halt auch, sie sagen, okay, gut, Job ist scheiße bezahlt, aber es ist ein Job, den ich sehr gerne mache und machen ihn halt weiter. Und da sage ich mir so, okay, warum können wir das nicht verbessern? Aber du bietest doch da eigentlich noch eine Option 3 an, die fiel mir vorhin an. Du hast ja jetzt gesagt, eigentlich gibt es nur zwei Optionen. Ich finde, es gibt noch eine dritte Option. Nämlich, und da sind wir aber wieder beim Unternehmen und vielleicht auch beim Branchenverständnis an dieser Stelle, dass wir eben vielleicht nicht die Deppen des Dienstes sind. Also, warum brauche ich, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge auch schon mal gesagt, warum brauche ich jemanden, der mit, selbst mit einer, auch mit einer Sachkundequalifikation, warum muss der Einkaufswagen desinfizieren? Das ist doch eigentlich überhaupt gar nicht seine Tätigkeit, sondern seine Tätigkeit wäre, mit einer Sachkundeprüfung, schauen wir mal ganz klassisch in Paragraph 34a, Kontrollgänge im öffentlichen Raum, Schutz vor Ladendieben, Veranstaltungssicherheit in leitender Position, Asylbewerberheime in leitender Position, also wirklich konkret Sicherheit gestalten. Aber nee, wir als Branche setzen uns rein und sagen, wir müssen, wir bleiben im Mindestqualifikationsniveau, wir bleiben im Niedriglohnsektor, weil wir irgendwie, ja, ich weiß nicht, der Kehrbesen der Gesellschaft sein wollen. Wir wollen, wir nehmen jeden einzelnen Auftrag an und da sind wir, glaube ich, genau an diesem Punkt, wo du sagst, dass wir, dass wir an dieser Stelle auch, dann kommt der Mitarbeiter aber auch vielleicht woanders hin. Wenn ich sage, okay, ich habe bei meinem Kunden, den ich vorher hatte, für den ich für meinen Chef im Einsatz war, ein super Verhältnis, auch mit den Mitarbeitern, hatte Spaß, war eine lockere Atmosphäre oder war alles geregelt, stringent, whatever dort eine Rolle spielt, dann ist es natürlich schon was anderes, wenn ich dann plötzlich komme und sage, okay, und morgen stehe ich dann bei Lidl vor dem Eingang und sage den Leuten, nein, sie müssen natürlich auch seit zwei Jahren ihre Nase in eine Maske reinpacken. Ja, das ist jetzt nicht neu und nein, Bill Gates hat das nicht gesagt, sondern das müssen sie schon immer tun, seitdem wir Maskenpflicht in Deutschland haben. und ich glaube, dass wir, und dann wird es ja richtig kompliziert, das kriegen wir halt nur aus der Branche raus und da können wir uns nicht hinstellen und sagen, okay, wir brauchen jetzt da ein anderes Gesetz oder wir brauchen da, doch mit dem Gesetz, Gedanken haken wir mal ganz kurz ab, dazu komme ich gleich nochmal, aber aus der Branche heraus müsste eigentlich auch das Selbstverständnis sein, Leute, was bedeutet denn eigentlich Sicherheit? Was bedeutet Sicherheit produzieren? Da werden wir nicht jeden Tag die Welt retten, aber wir müssen uns schon darüber Gedanken machen, dass wir vielleicht wirklich zu dem Ergebnis kommen, dass vielleicht wirklich 20, 30 Prozent, ich schätze jetzt nur, von dem Jahresumsatz, den wir als Branche machen, null mit Sicherheit zu tun hat, sondern dass das auch Reinigungskräfte machen könnten, Servicekräfte oder der Kunde sagt, naja, so billig wie die sind, irgendwo hier zumindest in Berlin, zwischen 15 und 18 Euro, ja, dann stelle ich zwei hin und das sieht besser aus, als wenn da einer ist. Aber die Branche muss doch eigentlich zu dem Punkt kommen, dass sie für sich selber bewertet, wir verkaufen uns hier nicht mehr unter Wert und wenn sie das anfängt und sagt, nee, lieber, lieber Kunde, pass auf, Sicherheit bedeutet A, B, C, das ist die Definition, weiß ich nicht, nach Nadine 77 200, nach dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz, was immer da auch ist oder auch im persönlichen Selbstverständnis, dann komme ich doch plötzlich dorthin, dass der Kunde sich auch vielleicht nochmal Gedanken darüber macht, okay, brauche ich da jetzt tatsächlich jemanden an dieser Tür oder kann ich, steht der da nur da und hat überhaupt gar keinen Job, keine Funktion, keine Tätigkeit und wenn wir uns darauf reduzieren. Aber da sehe ich tatsächlich, da sehe ich tatsächlich zwei Probleme, das eine Problem sind nicht nur die Firmen, sondern halt auch die Gesellschaft, weil seien wir mal ehrlich, so die gesellschaftliche Anerkennung eines Büros hat auch viel Ausschlag darauf, ob ich so einen Beruf ergreife oder nicht und wenn wir mal ehrlich sind, so ein Sicherheitsmitarbeiter, der ist gesellschaftlich nicht hoch angesehen, also sei es drum, dass der halt, weiß ich nicht, im Einkaufsmarkt steht und die Wagen desinfiziert oder was auch immer, aber die werden in der Regel nicht wahrgenommen als, hey, der sorgt für Sicherheit, finde ich gut. In der Regel wird der angesehen als, okay, da steht irgendein Idiot, der geht mir auf den Sack und ganz ehrlich, wenn hier was passiert, der rettet mich doch nicht, der rette mich doch eher selber. Ich habe das im Olympiastadion häufig gemerkt, im Olympiastadion galt, wenn du in bestimmte Bereiche willst, musst du halt vorzeigen, dass du berechtigt bist, da hinzugehen und also die Kollegen, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die waren alle durch die Bank weg freundlich, also da war keiner bei, der irgendwie, weiß ich nicht, ich sag mal, neben seine Position gerotzt hat, der die Leute angepöbelt hat oder sonst was, das waren durch die Bank weg, zumindest die ich kennengelernt habe und ja, da gibt es auch schwarze Schafe, da waren halt nette Persönlichkeiten und die Leute haben es trotzdem nicht geschafft, meistens hatten sie, weiß ich nicht, so ein Bändchen am Handgelenk oder hatten eine Karte, die Leute haben es partout nicht geschafft, den Leuten das zu zeigen, dass sie berechtigt sind, was ja jetzt nicht großes Problem ist. So ein ähnliches Beispiel wie, überlegt mal selber, also an die Zuhörer, überlegt mal selber, wie oft ihr Leuten an der Kasse, wenn ihr euch von denen verabschiedet, die noch einen schönen Tag oder einen schönen Feierabend wünscht. Also man sollte meinen, das sind eigentlich so gesellschaftliche Standards, die man einhält, aber die werden ja so nicht ergriffen. Wenn wir jetzt an Feuerwehrmann denken, werden viele gleich zu der Entscheidung kommen, ja, hoch angesehener Beruf, naja, die sorgen ja auch für mich, wenn es mir mal richtig scheiße geht, die kommen immer, egal welche Uhrzeit, die sind so schnell wie möglich da und die versuchen in der Regel alles hinzubekommen, dass die mir nicht das komplette Haus in Schutt und Asche legen. Auch da gibt es mit Sicherheit Leute, die sagen, voll die Idioten, die haben mir das ganze Haus unter Wasser gesetzt. Aber diese gesellschaftliche Anerkennung, denke ich, ist halt auch ein Problem. Also ich stelle mich auch für 30 Euro die Stunde, stelle ich mich doch nicht irgendwo hin, damit Leute mich angucken, sagen, was ist denn das für ein Penner? Nee, mit dem will ich nichts zu tun haben, weil das ist so der Abschaum der Gesellschaft. Punkt eins. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft tickt da an dieser Stelle anders. Unsere Gesellschaft tickt ja ganz stark nach dem Preis. billig kann nicht gut sein. Das ist ja das, was wir auch, ich sag mal, auch schon von Kindesbeinen an irgendwie vermittelt bekommen. Ich sag mal, jetzt auch ganz klassisch aus dem China-Produkte-Markt oder beim Einkaufen oder sowas. Was billig ist, hat nicht viel Wert. Aber ich glaube, dass im Umkehrschluss, nur um diesen Gedanken kurz noch mal zu Ende zu bringen, ich glaube im Umkehrschluss, wenn ich dann plötzlich für 30 Euro da vorne stehe, der Kunde plötzlich sagt, naja, okay, so ertappe ich mich dann auch. Ich hab jetzt, ja, dann würde ich zu sehr ausholen. Aber ich glaube auch, wenn ich für 10 Euro einen Fehlkauf mache, dann denke ich mir ja, scheiß drauf, die 10 Euro, hättest du dir auch sparen können? Hättest du irgendwie drei Döner davon essen können? War's nicht? Pech gehabt. Okay, Haken dran. Aber ich denke dann schon anders, wenn ich sage, okay, 30 Euro, 40 Euro jetzt aufgegeben, naja, irgendwie, da hätte ich mehr erwartet. Und ich glaube, dann setzt ein Umdenken an. Wenn der Kunde dann plötzlich sagt, warte mal, jetzt zahle ich für den 30 Euro die Stunde. Das heißt, irgendwie 240 Euro am Tag, das sind mal 5, irgendwie knapp 1200 Euro in der Woche, warte mal, dann erwarte ich von dem was anderes. Klar, das dauert, aber ich glaube, dass das zieht dann auch wirklich seine Kreise und ist dann eine Qualitätsspirale nach oben. Tatsächlich, was du gerade sagtest, mit, ich sag mal, China-Plagiaten und günstiger, und Geld ausgeben, es geht mit Sicherheit auch nicht jedem so, aber auch mir geht es so, auch mit Sicherheit dadurch, dass ich, dass ich mein Einkommen einfach über die Jahre jetzt verbessert hat. Exorbitant gesteigert hat. Jeff Bezos, zieh dich warm an. Nee, also ich meine, das ist halt so klar, als ich im Studium war und als ich halt einfach wenig Geld zur Verfügung hatte, bin ich an Sachen anders rangegangen als heute, weil ich heute halt eine finanziell andere Grundlage habe. Ich muss aber tatsächlich inzwischen, inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich mir, wenn ich, was auch immer, um welche Produkte es geht, dass ich inzwischen dreimal überlege, was für ein Produkt ich kaufe und ich bin inzwischen nicht mehr an dem Punkt, dass ich immer das günstigste kaufe, was es gibt, sondern dass ich teilweise absichtlich zu etwas teureren Produkten greife, weil ich sage, okay, so sei es, nicht mal Elektronik, aber so sei es ein paar Produkte, die vielleicht zum Beispiel in Deutschland nach einer DIN-Norm einfach geregelt sind, weil ich halt sage, okay, man kann darüber diskutieren, ob eine Schraube DIN genorbt sein muss oder nicht, aber seien wir mal, also ich zumindest, auch viele sagen ja, wir haben so viel reguliert, wir haben so viel reguliert, ja, aber das gibt mir die Möglichkeit, einen gewissen Standard zu haben und wenn ich etwas haben will, das nach dieser Norm, nach diesem Standard, was auch immer, quasi produziert wurde, dann kann ich von einer gewissen Mindestqualität davon ausgeben und ich bin inzwischen an dem Punkt, dass ich für sowas, welcher Bereich auch immer, gewillt bin, eher etwas mehr Geld auszugeben, als ein günstigeres Alternativprodukt zu nehmen, wo ich diesen Standard eventuell nicht mehr ansetzen kann, weil ich sage, okay, haben Sie günstiger produziert, kommt von mir aus aus China, da gibt es keine DIN-Norm, auch wenn das so nicht stimmt, aber dann nehme ich lieber das Produkt, wo ich einen gewissen Standard ansetzen kann, ein gewisses Niveau ansetzen kann und zahle dafür dann aber auch gerne den Preis mehr. Geht mit Sicherheit nicht bei jedem so, einige werden jetzt sagen, ja, mache ich inzwischen auch so, den Punkt, worauf ich aber gerade eigentlich noch eingehen wollte, was du sagtest mit, ja, dann müssen, dann müssen die Sicherheitsleistungen halt auch entsprechend quasi definiert sein, was du ja gerade sagtest mit, naja, wenn ein Unternehmen sich hinstellen würde und sagen würden, ja, aber eine Sachkunde bieten wir nicht an, weil das ist nicht unser Qualitätsstandard, ich habe es bisher tatsächlich bei einem einzigen Dienstleister, Branche vollkommen egal, ich habe bisher bei einem einzigen Dienstleister erlebt, dass der mir zwei Dienstleistungen thematisch voneinander unabhängig angeboten hat oder bei mir geleistet hat und bei der nächsten Ausschreibung, als ich ihn darauf hingewiesen habe, wir schreiben das jetzt wieder aus, weil es ist jetzt so wieder soweit und, ne, also wir werden sie auch bedenken, weil sie sind ja aktuell Hausdienstleister quasi, stellte sich der hin, der war auch einer der Geschäftsführer des Unternehmens, der stellte sich hin, sagte, seien Sie mir bitte nicht böse, ich werde aber für das, für den, für den einen Themenblock werde ich nicht mehr anbieten, wo ich dann da stand, warum wollen Sie denn dafür nicht mehr anbieten, ja, das liegt daran, das ist nicht Kerngeschäft meines Unternehmens, Sie haben damals jemanden gesucht und wir haben das auch übernommen, aber ich kann den Teil nicht so ausführen, wie das mein, wie das mein Niveau ist, ich bin in der Thematik nicht gut genug drin, ich bin nicht gut genug vernetzt, meine Mitarbeiter können das, meine Mitarbeiter können das aber nicht so gut, wie sie es können sollten, also mein Hauptgeschäft, das ich ja nebenbei auch anbiete, das ich bei Ihnen erbringe, das kann ich deutlich besser anbieten, weil ich besser vernetzt bin, weil ich da deutlich stärker drinstecke, weil ich da einfach Erfahrung habe, der sich hingestellt hat, gesagt, ja, das wird dazu führen, dass ich bei Ihnen nicht mehr das Gleiche, den gleichen Umsatz mache, wie vorher, aber ich kann es guten Gewissens Ihnen nicht anbieten, weil ich nicht die gleiche Qualität bringen kann, wie bei dem anderen Themenblock und das habe ich, also in meiner Zeit, die ich bisher mit Dienstleistern zu tun habe, habe ich das bisher das erste Mal und auch das bisher das einzige Mal erlebt, dass ein Dienstleister mir das so gesagt hat und der hat das halt, also der hat das nicht nur erzählt, sondern die Ausschreibung lief jetzt dieses Jahr und der hat das auch wahrgemacht, also da sind einige bei mir im Unternehmen, ich habe die vorgewarnt, die damit zu tun hatten und hat ihnen gesagt, ja, der wird das eine nicht mehr anbieten, die sind aus allen Wolken gefallen, weil er das halt wahrgemacht hat, der hat das nicht mehr angeboten, der hat das halt auch nochmal begründet und hat das auch ausgeführt und war da sehr, sehr geduldig mit uns und da haben auch viele Leute gesagt, okay, krass, das kennen sie so auch nicht, also finden sie stark, hat uns jetzt halt in die Bedrängnis gebracht, dass wir jemand anderen finden mussten, da hat er auch geholfen, also er hat den Auftrag für diesen Bereich nicht übernommen, weil er auch nicht angeboten hat, aber hat auch versucht, uns zu helfen, da jemanden zu finden und ich finde, das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man im Zweifelsfall auch da sagt, ich kann ihnen, also jetzt wieder auf unsere Branche, ich kann ihnen die Leistung anbieten, ich kann ihnen die Leistung aber nicht zu dem Niveau anbieten, das sie hier vorgeben, weil das ist nicht mein Niveau. Wenn sie die Leistung von mir haben möchten, ich kann sie ihnen erbringen, aber dann auf einem anderen Niveau, weil das einfach das ist, was ich anbiete, wo ich sage, okay, das möchte ich anbieten und dann aber auch die Konsequenz daraus nehme, im Zweifelsfall kriege ich den Auftrag nicht, weil ich jetzt, um das mal an der Fachkraft oder an der Qualifikation festzumachen, weil es im Zweifelsfall bedeutet, dass ich nicht genommen werde, aber ich in Anführungszeichen mir selber treu bleibe und da muss ich zugeben, gerade in der Sicherheitsbranche erlebe ich das selten bis gar nicht. Das ist, hätte ich jetzt gesagt, das ist noch so ein Mythos, eine Legende und das ist halt schwierig. Also ich kann auch bei einigen Unternehmen verstehen, dass sie sagen, nee, ich nehme jeden Auftrag, den ich kriege, weil ich muss auch irgendwie Umsatz machen und ich muss Leute versorgen. Vollkommen verständlich, aber es ist halt, also es ist halt so ein bisschen Teufelskreis. Wir sind da ein bisschen auch wieder bei der Fragestellung Professionalität, Profi, ne? Ja. Mache ich jetzt, mache ich jetzt diesen großen Haufen und kann irgendwie alles, aber irgendwie alles nicht richtig, weil ich alle Mitarbeiter irgendwie da drin verschiebe oder bin ich zu mir selber, zu meinen Werten und vielleicht auch zur Branche ehrlich? Da kommt mir übrigens gerade in diesem Kontext, aber dieses Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber wir sollten mal ein Thema, eine der nächsten Folgen sollte mal bei uns Subunternehmer sein, weil das ist, finde ich, in diesem Kontext auch ganz spannend, wieso bewerbe ich mich eigentlich als Sicherheitsunternehmen auf Aufträge, die vielleicht dann auch eine gewisse Qualifikation fordern, aber ich kann es gar nicht als Unternehmen selber erbringen, sondern setze dazu 100% Subdienstleistung ein. Das ist für mich auch ein bisschen was mit, spielt ganz stark in dieses Thema Qualifikation rein, aber auch Werte und Ehrlichkeit. Das sollten wir aber auch nochmal separat behandeln. Was ich nun mal ganz kurz zur Ergänzung dazu sagen wollte, ich würde es, du hast es jetzt auf einer sehr abstrakten, sehr hohen Ebene betrachtet, als Unternehmer so grundsätzlich große Aufträge, aber ich denke da immer an unseren gemeinsamen Arbeitgeber zurück und dort ein Ereignis, was ich immer ganz gerne als Beispiel nehme, weil es, glaube ich, einfach auch so austauschbar ist zu ganz unterschiedlichen Kunden. Wir hatten, und das war auch gar nicht von Seiten des Security-Managements immer gefordert, aber war halt dann in Teilen so, dass wir ja oft Sicherheitsdienst oder Sicherheitsmitarbeiter stellen mussten für Handwerkerbegleitung und die sind dann halt praktisch irgendwie acht Stunden neben den Handwerker gestanden, während der die Wand gepinselt hat. Und ich kann mich da in ein Gespräch mit dem Facility-Management erinnern, wo ich ihn dann gefragt habe und gesagt habe, du sag mal, bestell doch nicht, das ist unser Haus- und Hofdienstleister, der kennt sich aus, der weiß, wie das bei uns läuft und geht notfalls zum Empfang und fragt danach, wenn er Hilfe braucht. Und da war von ihm die Aussage, nee, aber der könnte ja zwischendurch mal irgendwie eine Nachfrage haben, wo ist da irgendwie ein Raum oder wo ist dann die nächste Toilette oder ich habe jetzt hier auf meiner Liste Küche, weiß ich nicht, zweites OG-Raum 317A-Cäsar1, bring mich mal dorthin, auf meiner Liste zum Streichen zu stehen und der muss dann halt dorthin begleitet werden. Und dann war meine zweite Frage und im Anschluss dann, naja, aber du hast doch auch Hausmeister, die wir outgesourced haben, warum schickst du den nicht mit? Und ich erinnere mich, wie er mich dann ausgelacht hat und gesagt hat, bist du bescheuert? Der Hausmeister, den schicke ich nachher zur Abnahme hin. Der braucht dann 30 Minuten Abnahme, kostet mich aber einen Stundensatz irgendwie zwischen 35 und 40 Euro. Deinen Sicherheitsmitarbeiter kriege ich von dir für 16 Euro gestellt über die Firma. Da wäre ich doch schön blöd, für 40 Euro auszugeben. Und das meinte ich eigentlich vorhin, dass wir uns Gedanken darüber machen, nicht nur als Dienstleister vielleicht, sondern auch als Security-Manager und Sicherheitsverantwortliche. Ist das wirklich eine Sicherheitsfunktion, die der Mitarbeiter dort betreibt? Klar, wenn du wirklich in einem hochsensiblen Objekt bist, wo niemand sich bewegen darf, ohne dass er begleitet und beobachtet wird, gar keine Frage. Aber wenn es dann wirklich nachher in die Argumentation auch von benachbarten Abteilungen kommt, zu sagen, naja, aber weil der dann irgendwann vielleicht mal eine Frage haben könnte oder einen Raum sucht, ich verkürze das jetzt mal an dieser Stelle, und da ihr sowieso sportbillig bist, ein Sicherheitsmitarbeiter, zwei Stunden kostet so viel wie ein Hausmeister, eine Stunde, ja, dann nehme ich doch euch und nachher schicke ich den rum und dann zahle ich da nur 30 Euro. Also das war ein bisschen bei mir so, auch mit dem Ansatzpunkt, nicht nur aus Qualitätsgründen, sondern einfach auch im Sinne des Image der Branche, dass ich eben wirklich auch als Dienstleister nicht jeden Auftrag annehmen muss und mir vielleicht dann auch als Security-Manager vorstellen muss und Gedanken darüber mache, ist das wirklich jetzt eine Sicherheitsfunktion oder kann ich den Sicherheitsmitarbeiter, den ich dort gerade zum Einsatz habe oder zum Einsatz bringe, über meinen Dienstleister nicht woanders besser bringen. Und da denke ich dann schon, wenn der nachher auch irgendwie 20, 30 Euro kostet, dann fangen auch die Kunden an, umzudenken und zu sagen, ist das wirklich eine Sicherheitsleistung? Klar, das fällt irgendwo anders hin. Vielleicht geht da nachher die Reinigungskraft mit, wobei ich schon gehört habe, dass die auch schon inzwischen deutlich teurer sind als ein Sicherheitsmitarbeiter. Aber ich weiß es nicht. Irgendjemand anders geht nachher damit, dass ich nachher dann eben wirklich nur noch Geld dafür ausgebe, wo wirklich Sicherheit produziert werden muss. so als ergänzender Ansatz. Ich gebe dir da komplett recht. Also in vielen Bereichen ist es mit Sicherheit so, dass die Leute sagen, ey, ganz ehrlich, der Sicherheitsmitarbeiter, der kostet mich die Hälfte. Mit dem kann ich quasi zwei Arbeiten gleichzeitig machen, während meine eigenen, weiß ich nicht, Hausmeisterkräfte oder wer auch immer einfach zu teuer sind. Also ich kann den Ansatz sogar nachvollziehen, rein aus einer wirtschaftlichen Sicht. Ja, absolut. Aber auch das ist ja wieder so ein Punkt, wo ich sage, das ist aber halt leider nicht, also das ist das, was ich meinte mit Gesellschaft, muss halt auch irgendwo ein bisschen, ist halt eine Wertschätzung. Das Facility Management meint sie das ja nicht böse, dass sie das sagt, sondern sie sagen halt auch, ey, ich habe nur ein begrenztes Budget und ich bin noch nicht so blöd und fange jetzt an, das unnötig auszugeben. Aber das ist halt dieser Knackpunkt, dass man halt Leute oder dass man Positionen, Unternehmen, Funktionen halt, ich sage mal, missbraucht für eine Funktion oder für eine Arbeit, für die sie nicht gedacht sind. Was halt auch ein Preisproblem ist. Wenn der Sicherheitsmitarbeiter jetzt bei uns im Einkauf nicht dem, was er bezahlt wird, aber auch 40 Euro kostet, dann hätte er auch seinen Hausmeister nehmen können. Dann hätte er höchstens vielleicht noch den Sicherheitsmitarbeiter genommen, weil er sagt, ey, mein Hausmeister hat so viel zu tun, den kann ich nicht die ganze Zeit daneben stellen, deswegen brauche ich einfach eine andere Kraft. Aber dann hätte er halt auch das Ding wahrscheinlich ganz anders geplant, weil er halt sagt, okay, 40 Euro für einen Sicherheitsmitarbeiter ist mir auf Dauer auch zu teuer, wenn er da acht Stunden rumsteht. Ja. Ja, auf der anderen Seite fällt mir gerade ein, aber das würde jetzt wirklich auch nochmal den Rahmen springen. Vielleicht müssen wir das auch nochmal in der dritten Folge weiterdenken. Es kann ja auch natürlich zu Sicherheitslücken kommen. Also jetzt kannst du dann, selbst wenn der Sicherheitsmitarbeiter teurer wird, dann kommst du ja vielleicht irgendwann, zumindest in der Übergangsphase, zu der Diskussion, dass das Security Management sagt, nein, ich lege dir aufgrund meiner Security Policy, die ich habe hier im Unternehmen, auf, dass der begleitet werden muss. Das Facility Management sagt, nee, ist mir aber zu teuer, passt nicht in mein Budget und du dann irgendwann in so Diskussionen, Grauzonen oder das Facility Management macht trotzdem irgendwie sein Ding. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kann auch irgendwie Gebäudemanagement nachher heißen oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Aber das kann auch, vielleicht kommt mir gerade so der Gedanke, auch wieder zu Lücken führen, weil man dann sagt, okay, jetzt sparen wir erst mal und wenn wir sparen, Sicherheit, in Deutschland passiert ja sowieso nicht so viel und es ist ja noch immer gut, ihr jungen, und wir dann irgendwann wirklich, ja auch über Sicherheitsrisiken sprechen. Ja, klar, also kommt dann immer wieder ein bisschen auf unser Leben an. Ob du die Notwendigkeit siehst, ich meine, wenn du da jetzt, weiß ich nicht, Handwerke hast, die du, ich sage mal, öfter einbestellst, weil du häufiger mal Sachen hast, die du zu ändern hast oder die du umbauen möchtest, dann hast du da ja auch eher oder weniger irgendwann eine gewisse Sicherheit, wenn da immer wieder die gleichen kommen, du duzt die schon, du scherzt mit denen und weiß ich nicht, die können sich allein durchs Haus bewegen, kann man jetzt sagen, okay, vielleicht ein bisschen fahrlässig, dass man das dann so, dass man da nichts mehr macht oder keine Sicherheit mehr stellt, aber auch da fragt man sich ja dann auch irgendwann, okay, vertraue ich denen jetzt oder vertraue ich denen halt nicht mehr? Kann ich auch durchaus nachvollziehen, keine Frage. Ich würde ganz gerne nochmal mit dem Gedanken jetzt abschließen, weil ich glaube, da sind wir uns auch recht einig und das wird jetzt nicht der Cliffhanger für die nächste Folge werden, das ist nochmal eine Zuschrift, die wir bekommen haben, die nochmal auf den zweiten Punkt eingeht, den wir glaube ich hier auch nicht unbeachtet lassen dürfen, zumindest so in einem kleinen Fazit oder Einleitung meines Fazits und du darfst dann gerne ergänzen an der Stelle. Wir haben ja jetzt immer nur gesprochen darüber, Qualifikation, Ausbildung, 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 aber wir haben nochmal eine Zuschrift bekommen, die das auch nochmal in Kontext von Erfahrung setzt, nämlich zu sagen, naja gut, eine gute Ausbildung, ich fasse das jetzt mal so zusammen, eine gute Ausbildung ist noch lange nichts ohne Erfahrung und viel Erfahrung ist noch lange nichts ohne eine gute Ausbildung. Der, der uns da geschrieben hat, schreibt, hey Flo, kurz und prägnant, mit einem fachtheoretischen Fundament und der darauf aufbauenden Erfahrung kann man zum Profi werden. Fehlt einer der beiden Punkte, ist das nicht mehr beziehungsweise nur in absolut seltenen Ausnahmen möglich. Ich merke das in meiner täglichen Arbeit, ich habe KollegInnen mit viel Erfahrung auf ihrem Gebiet, aber die können eben nur das, sobald man an den Sicherheitsprozessen rührt beziehungsweise mal vom Standardprozess abweicht, muss man einfachste Begriffe erst einmal erklären beziehungsweise die Personen sind unbeholfen. Professionell ist anders. Ja, also wir, auch die Erfahrung spielt, glaube ich, in der Qualifikation eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Ich glaube, wir alle können uns daran erinnern, ob wir das gelernt haben, ob wir eine Ausbildung gemacht haben oder ob wir das studiert haben, wie auch immer. Wir sind ganz illusorisch in Teilen auch ich gestartet und haben dann festgestellt, naja, Theorie und Praxis ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich auch noch mal was anderes und ja, in der Erfahrung kann ich meine Theorie einbringen, aber ich lerne eben auch, dass in der Realität das ein bisschen anders ist. Also das eine geht nicht ohne das andere, aber in meinem Fazit, zumindest bevor ich an dich auch zur Verabschiedung übergebe, denke ich mir, wir haben hier gerade ein bisschen utopisch auch gesprochen, wir haben sehr vieles darüber uns überlegt, was hätte, könnte, sollte, würde passieren, wenn die Branche sich selber einen anderen Fokus auferlegt. Wir haben ja Gott sei Dank und das haben wir auch heute gar nicht angesprochen, weil es ist tatsächlich ein einziger Satz im Koalitionsvertrag, ja, das private Sicherheitsgewerbe soll auch in der kommenden Ampelkoalition ein eigenes Gesetz bekommen. Ich hoffe, es wird besser beraten, als es die Vorgängerkoalition war, aber am Ende des Tages, glaube ich, kann ich mich an dieser Stelle nicht darauf verlassen, was macht die Regierung, was macht ein Branchenverband, sondern ich muss mich auch darauf verlassen, was für Werte und Standards setze ich mir selber als Unternehmen, vielleicht aber auch als Branchenverband, aber da kann man eben sagen, wenn man sich das Eckpunktepapier des BDSW anschaut und da reden wir noch gar nicht über Verdi, weil von Verdi kommt leider überhaupt gar nichts in dieser Diskussion, werden wir das nicht erleben, wir werden weiter in einer, ja, es heißt ja nicht mehr Unterrichtung oder Sachkunde, sondern Basisqualifikation, also Einstiegsqualifikation reden. Der Herr Stoppelkamp sagte heute auch nochmal sehr deutlich, ja, also wenn der Gesetzgeber da was anderes reinschreibt, da müssen wir uns dran halten, also die Branche hat gar keine Motivation, dort selber einen Vorstoß zu machen, das ist viel, viel Utopie, aber ich glaube, es gibt auch etliche Dienstleister, die beweisen, dass es anders geht und ja, vielleicht muss ich dann auf den einen oder anderen Euro im Umsatz verzichten, weil ich eben nicht alles mache, aber ich glaube, dass ich mir damit auch einen sehr guten Kundenstamm aufbauen kann, mit dem ich wachsen kann, der dann wieder ein Netzwerk hat, der seinem Netzwerk wieder erklären kann, pass auf, ja, das kostet vielleicht einen Euro mehr, dafür habe ich aber Top-Mitarbeiter, super Qualifikation, die haben mir hier in diesen oder jenen Situationen schon geholfen und unterstützt und ich glaube, jeder muss daran arbeiten, bevor, ja, bevor es am Ende des Tages er sich auf andere, auf den Gesetzgeber oder auf den Branchenverband verlassen kann. Ich sehe das nicht ganz anders. Ich wollte den Satz eigentlich anders anfangen. Ich kann es nachvollziehen, dass es Mitarbeiter gibt, die sind fachlich super. Ich glaube, die gibt es in so ziemlich jedem Unternehmen, ob man jetzt genau hinguckt oder nicht und das wird schwierig, wenn solche Leute dann unflexibel sind. Also wenn du, man sagt dann immer, ich meine das nicht böse, sondern eher ein bisschen lustig, wenn du so Fachidioten hast, die sind super krass, die sind richtig gut in ihrem Fach, aber sobald du von einem Standardprozess abweichst, sind die halt raus, weil die das nicht können. Und da ist dann halt wieder die Sache zwischen, klar, du brauchst ein theoretisches Fundament, mit dem du arbeitest, du brauchst aber genauso, brauchst du halt auch eine gewisse Erfahrung, was da halt mit reinspielt, du brauchst halt auch eine gewisse Flexibilität. Wenn du halt nicht flexibel genug bist, um Sachen zu assoziieren, um irgendwie Sachen so ein bisschen aus der gewohnten Perspektive heraus zu betrachten, dann wird das halt schwierig. Ist zumindest für mich, für mich ist das so ein, ist das zum Beispiel so ein Ansatz, warum ich auch immer, wenn mich jemand fragt oder mir sagt, ey, du bist doch hier, du bist doch der Fachmann dafür. Ja, ja, also ich habe Sicherheit studiert, aber trotzdem betrachte ich das immer so, dass ich halt ein Allrounder bin. Also ich bin jemand, ich kann alles so ein bisschen, aber nichts richtig oder nichts komplett. Das kann man jetzt negativ auffassen, als auch positiv. Ich sehe das eher unter dem positiven Aspekt, dass ich von vielen Dingen, da kann ich mitreden, aber ob es jetzt einen spezifischen Punkt gibt, den ich wirklich super gut kann, würde ich jetzt bezweifeln, wo ich auch vielleicht so ein bisschen sagen würde, das möchte ich gar nicht so 100 Prozent als Einzelnes können, weil ich dann nämlich in Gefahr laufe, in dieses, genau in diese Fachidiotie abzurutschen, zu sagen, ja, das machen wir immer so, das kann ich aber so und wenn wir das jetzt anders machen, kann ich das aber nicht mehr. Also ich, dass ich mir meine Flexibilität so ein bisschen nehme. Insofern von dem Zuschreibenden, um mal wieder zu gendern, was mir ja schon vorgeworfen wurde, finde ich ein wichtiger Punkt, dass man jetzt, einfach mal reininterpretiert, dass man da so eine gewisse Flexibilität sich erhalten muss und natürlich Erfahrung, glaube ich, in jedem Beruf ist Erfahrung essentiell, also wer der Meinung ist, aus dem Studium oder sonst irgendwas zu kommen oder aus der Ausbildung und der hat jetzt ausgelernt fürs Leben, der hat den Grundsatz des Lernens, glaube ich, nicht ganz verstanden. Von daher finde ich ein guter und wichtiger Hinweis. Vielen Dank für die Einsendung und dann mit Blick auf die Zeit, würde ich schon wieder sagen, es ist schon wieder soweit, wir sind schon wieder am Ende mit unserer heutigen Folge. In diesem Sinne, achtet auf die Mutaviktion, lernt das griechische Alphabet. Ob es euch weiterhilft, werden wir dann irgendwann sehen. Ja, auf jeden Fall von unserer Seite, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn ihr noch Kommentare, Anmerkungen habt, schreibt sie uns gerne, also schreibt sie uns per E-Mail, schreibt sie als Kommentare unter die Plattform, wo ihr gerade uns zuhört. Schickt uns auch gerne Sprachnachrichten. Das haben wir jetzt auch bewiesen, dass wir das können. Heute nicht. Also ich hätte eigentlich noch eine gehabt. Ich entschuldige mich an dieser Stelle tatsächlich dafür. Aber es sind halt auch immer nur anderthalb Stunden. wie Bildnachrichten schickt, wo wir uns jetzt aus mehreren Emojis zusammensetzen müssen, was ihr uns sagen wollt. Klappt nahezu sonst jeder andere Weg. Ich würde jetzt mal schon so weit gehen und sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns mit Sicherheit in der nächsten Folge. Und in diesem Sinne sage ich schon mal, schönen guten Tag, schönen guten Morgen oder schönen guten Abend. Und Flomo hat das letzte Wort. Ja, bleibt mir nicht viel anderes übrig zu wünschen. Ich würde an dieser Stelle noch nicht frohe Weihnachten wünschen. Vielleicht kriegen wir ja tatsächlich noch eine Folge vor dem Heiligen Abend hin. Mal gucken, was so passiert. Aber in diesem Sinne, achtet auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf. Versucht, irgendwelche sinnlosen Kontakte zu vermeiden, auch wenn das total hart ist. Kurzer Schmankerl heute vom Boostern aus dem Impfzentrum heraus. Ja, das ist alles Kacke, dass man sich jetzt auch beim Einzelhandel anstellen muss mit G2. Aber vielleicht, und so ein kleines bisschen Hoffnung, habe ich da die häufigste Frage, die ich heute im Impfzentrum gehört habe, während ich selber auf meine Booster-Impfung gewartet habe. Aber dann darf ich auch mit der Impfung einkaufen gehen. Also vielleicht, ja, wir fluchen sehr darüber, aber vielleicht sind genau diese harten Beschränkungen, die wir jetzt haben, zu spät sind sie auf alle Fälle. Aber vielleicht führen sie auch die Impfquote in die richtige Richtung mit der entsprechenden Immunität, die wir auch in Deutschland benötigen, in der Herde, um uns und andere zu schützen. Wir müssen daran denken, Bill Gates noch die Rechnung für diesen kleinen Werbebeitrag hier zu schreiben im Nachgang. Du musst mich gleich nochmal daran erinnern. Aber unabhängig davon, tut das wirklich, weil ich glaube, die Intensiv, nicht ich glaube, sondern ich sehe, dass immer wieder die Intensivstationen laufen voll. Und ich glaube, niemand möchte nachher in die Situation kommen, darauf zu warten, ob es einen Platz für ihn gibt oder nicht. Ich finde, wir sollten als allerletztes Wort, unabhängig von der aktuellen Situation weltweit, einfach nur einfügen, bleibt gesund. Bleibt gesund. Ich glaube, das ist ein Wunsch, den kann man einfach, den sollte man, hätte man schon viel früher standardisieren sollen, dass man den Leuten einfach Gesundheit wünscht. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und stabil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.